Herzlich willkommen zur Folge 139 vom Stonewars.de. Herzlich willkommen zur Folge 139 vom Stonewars.de-Lego-News-Podcast. Carst. Hallo, wir sind wieder da. Hallo Lukas, wie geht es dir? Hallo Rick, habe ich dir gerade schon gesagt, richtig scheiße. Aber wir tun so, als wenn nicht. Und jetzt habe ich auch noch einen Frosch im Hals, das war eben noch nicht so. Das ist neu. Hm, ist es wenigstens einer von Haribo? Nee, die waren aber lecker immer. Die mochte ich. Die mochte ich auch. Wir hatten früher so einen Supermarkt, wo man noch so Süßigkeiten für 5 bis 10 Pfennig das Stück kaufen konnte. So süße Tüte zusammenstellen. Hast du das schon mal erzählt? Ich habe ADHS, ich vergesse alles. Ja, nee, dann machen wir das nicht nochmal. Es ist auch keine so spannende Geschichte. Es endete auf jeden Fall an einer hochkriminellen Handlung von mir. Ich habe aus Versehen was für 20 Pfennig waren es, glaube ich, nicht bezahlt. Und dann bin ich am nächsten Tag hingelaufen und habe gesagt, ich habe gestern was geklaut bei euch. Stimmt jetzt, ich habe nur, also ich hatte mich verzählt beim Reintun in die Tüte, aber ja. Ja. Musste ich nicht mal nachbezahlen, war nicht schlimm. Ja, geil. Ich war auch hoch zu. Sollen wir ein Intro machen, damit hier mal Pep in die Bude kommt? Ja, leg mal los hier. Wow. Wow, Pep in der Bude. Das ist so dumm, wie wir jedes Mal tun, als würden wir das live hören. Ohne in Wirklichkeit einfach nur eine Sekunde die Schnauze halten, damit wir nachher wissen, wo wir es reinschneiden müssen. Ja, Mensch, gutes Intro. Ja. Ja, herzlich willkommen, dass ihr da seid. Es ist die Folge 139. Wir gehen mit großen Schritten auf die 140 zu. Letzte Woche hatten wir Mandeln. Und ich soll dir von tausenden Leuten gute Besserungen ausrichten auf Instagram und so. Andere soziale Medien und sowas. Habe ich ja auch schon mal angeschrieben. Ich wollte das aber nicht einzeln machen, weil, wow, das war echt viel. Und der sehr seltene Gag, man hätte lieber gebrannte Mandeln, kam auch fast gar nicht. Ja, das habe ich auch wenig Nachrichten mitbekommen. Wow. Also, Mensch, da hätte mal einer wirklich so innovativ sein können und so einen Witz raushauen. So ein Kalauer wäre es gewesen, aber kam nicht. Tja. Ja, ich hatte eine, also ich glaube, ich habe ja vorletzte Woche irgendwie so gesagt, ja, ich habe so ein bisschen Halsschmerzen. Aber geht schon. Das kommt irgendwie einfach durchs, keine Ahnung, beim Schlafen, durch den Mund atmen, geht schon wieder weg. Und dann ging es drei, vier Tage nicht weg und wurde immer schlimmer und immer schlimmer. Und ich dachte, naja, da kommt jetzt bestimmt so eine Erkältung hinten dran. Aber die kamen nicht. Und dann habe ich gedacht, dann muss es ja was anderes sein. Dann habe ich da mal jemanden bei gucken lassen und die hat gesagt, oh, Herr Kurt, da ersetzen Sie jetzt ab heute mal Gummibärchen durch Antibiotikum und dann schauen wir mal, wie es besser wird. Ja, und das hat auch sehr gut funktioniert. Das heißt, ich habe jetzt so eine, eine ordentliche Mandelentzündung hinter mir, aber ich bin wieder fit. Und mir ging es eigentlich, dafür, dass die Ärztin gesagt hat, sie sollten eigentlich Fieber haben, ging es mir gut. Ich hatte keinen Fieber, aber. Du klingst aber noch ein bisschen nasal, finde ich. Ich habe, ja, seit eben so ein bisschen, weiß ich nicht, wie Frosch im Hals. Nee, war auch schon vor dem Frosch, ein bisschen nasal. Ja, vielleicht. Ja, Kikeriki. Was will man machen? Bleibt mal das eine oder andere stecken. Ja, wir sind ja ein Lego-News-Podcast. Nicht für Kinder? Nicht für Kinder, wie man gerade gemerkt hat. Es sei denn, wir machen den kinderfreundlich, wenn man das rausschneidet an der Stelle. Ich habe nur keinen Zettel, wo ich mir den Timecode aufsache. Nee, schreib nicht auf. Das ist doch lustig. Mensch, das kennen doch schon Fünfjährige. Das kennen die aus ihren Serien. Die gucken doch auch immer hier so, äh, der Hacke-Peter vom, äh, äh, Sensen-Mann und sowas. Okay. Ähm, ja, dann lasse ich das, dann lasse ich das drin, dass du Delfingeräusche gemacht hast. Das kennen die ja aus Spongebob. Ähm. Ja, äh, wenn, wenn ihr an dieser Folge partizipieren wollt und euch über schlechte Witze, äh, oder unangemessene Witze, ähm, oder blöde Sprüche echauffieren möchtet, dann könnt ihr das tun. Äh, äh, unter HTTPS, war das richtig? HTTPS, Doppelpunkt, Doppelslash, stnw.rs, Folge 139 oder 139, je nachdem, ihr könnt es aussprechen, wie ihr wollt, müsst halt die Zahlen 1, 3 und 9 einkippen. Äh, wenn ihr das, äh, zu kompliziert findet, könnt ihr natürlich auch auf stonewars.de slash Podcast gehen, sucht euch diese Folge raus und kommentiert darunter. Ja, und wenn ihr bei YouTube seid, dann habt ihr auch darunter kommentiert, wie zum Beispiel Christian W. Boah, was ne Überleitung. Ich, die, ich mach die Überleitung kaputt, indem ich mich mal jetzt hier lobe. Gut, dann lies doch direkt mal vor, was hat denn der Christian geschrieben? Er schrob. Oh, auch wieder, äh, schwieriges Thema, wenn ich schrob sage. Hei, 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 hei. Ähm, er schrubbeldick quatschte. Für mich ist es eine schöne Entwicklung, dass die aktuelle Folge neuerdings so schnell auf YouTube beöffentlicht wird. Und, äh, dem danken wir dem, äh, da wenden wir unseren Dank dem David zu. Ja, besten Dank David, der ist nämlich, äh, unser YouTube-Beauftragter. Ähm, beziehungsweise es gibt, also, nee, wir danken David. Alles weitere sage ich dazu nicht. Ähm, äh, David, David ist the man. David ist der Ole Ole, äh, Vorbereitung, äh, Timecodes und, äh, YouTube-Veröffentlichungs, äh, Gott. Genau, und im Prinzip schreibt er ja seit ungefähr Folge 76 ja auch einfach den ganzen Podcast schon. Ja. Wir müssen nur noch ablesen, das ist ganz angenehm geworden. Ja. Ähm, mh, ja. Ja, unter dem Beitrag hat er geschrieben, stehen noch weitere Kommentare. Also, auf, äh, stormwross.de. Sehr schöne Seite, finde ich übrigens. Ähm, sollte man öfter mal besuchen, regelmäßig, am besten, täglich, mehrfach. Die Dosis, äh, kann auch durchaus erhöht werden. Er, Schrob. Nee, nicht er, Toto Magnus, Schrob. Ja, genau. Äh, die Folge war irgendwie eine zweistündige Brandung von verschiedenen Gefühlswellen, die mir da entgegenschwappten. Unterm Strich möchte ich deswegen einfach mal ein großes Danke an euch von Stone Wars aussprechen. Für all das, was ihr so auf euch nehmt, um uns zu unterhalten und zu informieren. Ja. Ja. Gerne geschehen und, äh, vielen Dank zurück für die, äh, Unterstützung. Einfach mal so ans Kollektiv. Ja, ich habe tatsächlich, da wollte ich noch drauf hinweisen, ich habe, ähm, unsere, unsere, äh, gute Fee, ähm, David hat einige Kommentare für erwähnenswert, ähm, gehalten. Da waren aber relativ oft auch Lobpreisungen wie, äh, von Toto Magnus dabei. Deswegen habe ich die jetzt unter ihm zusammengefasst und, äh, die Danksagung gilt natürlich auch allen anderen, die freundlich, äh, uns gelobt haben und kommentiert oder witzige Witze geschrieben haben. Ja, wir, wir kriegen ja im Prinzip jede Woche tausende Lobpreisungen, das muss man ja immer sagen, auch privat ganz viel, immer Blumen zugeschickt und, ähm, Liebesbriefe, ganz, ganz viel. Und die können wir natürlich auch unmöglich alle vorlesen und, ähm. Wirklich? Nein. Ich habe schon so lange keinen Liebesbrief mehr bekommen. Boah, bei mir ist es locker auch 20 Jahre her, mindestens. Muss mal meine Freundin fragen, wie lange sie jetzt ist. Auf jeden Fall haben wir so eine Mappe aus unserer Anfangszeit, wo wir uns Liebesbriefe gegenseitig geschrieben haben. Ist das nicht schön? Ich finde die manchmal ein bisschen cringe. Ja. Gehen wir über zu Sebastian M., der etwas ganz Innovatives vorschlägt. Und zwar schrob er, bei Podcast scheint es gerade modern zu sein, mal Zuhörer dazu zu nehmen. Hattet ihr sowas nicht auch mal versprochen? Mir scheint es so, als wäre das Thema in den letzten vier Jahren von euch recht totgeschwiegen worden. Was ich nicht verstehe, weil wir ja regelmäßig in unregelmäßigen Abständen, also jedes Jahr mehrfach, ähm, das ist unsere Regelmäßigkeit, Gäste dabei haben. Ja, die manchmal sogar den Podcast auch hören, also im Prinzip holen wir uns auch Hörer dazu, nur die sind halt nur berühmt. Also nur die richtig Famen-Hörer kommen das so. Ja, ich, ja, eins nach dem anderen. Jetzt, wir haben gesagt, wir machen das nochmal und wir holen nochmal Gäste daran und dann muss man uns jetzt auch einfach mal glauben, dass wir das auch machen und uns nicht jedes Jahr aufs Neue dran erinnern. Ich finde das auch schön mit den letzten vier Jahren, so Übertreibung macht anschaulich, äh, nach dem Motto direkt mal einen aufs Brot gebuttet. Ähm, ich würde dir gerne noch Star Wars, äh, Stefan vortragen, er schrubt nämlich auch und richtet sich direkt an dich. Ja, was schreibt er? Er schreibt, ich bin, oh ne, er geschribbelte, ich bin mir nicht sicher, ob du, Lukas, dich noch erinnern kannst, aber es ging mal vor, äh, es ging einmal vor vielen Folgen um die Reinigung von Sandwich-Makern. Ging es nicht um die Reinigung von Waffeleisen? Äh, hast du mir nicht mein Waffeleisen versaut? Nein, nein, du hast es mir mit meinem guten Rezept versaut. Aber er, der Stefan, der hat sich jetzt einen Snackmaker 4 in 1 von Edeka, von der Edeka-Eigenmarke Edeka zu Hause geholt. Dieses Gerät hat Wechselplatten, damit man verschiedene Dinge damit zubereiten kann, unter anderem auch Sandwiches. Der Vorteil ist, dass man nach Herstellung und Abkühlen des Grundgerätes diese inneren Platten entnehmen und separat zum Beispiel im Geschirrspülautomat reinigen kann. Er hat was ganz anderes geschrieben, aber ich hab die Zeiten vertauscht. Äh, ja. Eventuell wäre dieses oder ein ähnlich modulares Gerät etwas für dich. Da deins ja kaputt ist, wäre das ja ins Auge zu fassen, ob du eine Alternative damit... Ja, Moment, also ich kann, man kann ja schlecht, also man kann ja schlecht ein Waffeleisen mit im Sandwich-Maker ersetzen. Nein, nein, es gibt diese 4 in 1-Dinger, die können sowohl Sandwiche als auch Waffeln und sowas, da gibt es schon ganz tolle Dinger. Okay, das Ding ist, ich hab erstmal noch von früher einen Sandwich-Maker, den ich nicht so gerne benutze, aber jetzt hier mal, ähm, unbezahlte Werbung. Ich bin auch stolzer Besitzer eines Tefal-Opti-Grill und der Tefal-Opti-Grill, der ist wirklich, da ist der Name-Programm, das ist wirklich, also das ist ein richtiger Opti-Grill. Da, ähm, da kann man richtig gut Sandwiches drin machen. Nice. Und alles mögliche. Ne, also mal ungelogen, das ist ein cooles Gerät. Mag ich. Ja, ich, ich hab auf meiner utopischen, äh, Wunschliste, hab ich ein Waffeleisen, das ich drauf, das muss ich mal runternehmen, weil ich leider keine Waffeln mehr essen darf. Ha. Ja. Ähm. Ja, wir haben noch einen Kommentar, ich musste grad ein bisschen, ein bisschen durchscrollen. Peter schrieb, ähm, vielen Dank für eure Tipps, für eine glückliche Beziehung. Ich werde das mit der Trennungswoche meiner Frau mal genauso vorschlagen. Wir treffen uns nur noch einmal die Woche am Mittwoch für zwei, maximal drei Stunden. Wenn es einem Mann nicht passt, weil er umzieht oder müde ist, halt erst am Donnerstag. Ähm, nur der Vollständigkeit halber. Schreibt uns David vorher das Skript und liefert danach die Timecodes? Ja, weiß ich nicht. Kommt auf den Inhalt der, der, äh, Zusammenkunft an. Ja, ich würde auch sagen, einfach mal David mal fragen, ich weiß nicht, wie es aktuell bei ihm mit Zeit aussieht, ähm, aber ich denke schon. Vielleicht nicht ausgerechnet auf den, äh, Mittwoch legen. Sonntag wäre ja passend, dann hätte er immer so in einem, äh, Halb-Halb-Wochen-Rhythmus was zu tun. Ich finde das natürlich doof, ne, wenn alles, wenn das alle mittwochs machen, ja. Gut. Die Rest der Woche macht er gar nichts. Hast du, hast du den im Fernsehen gesehen? Ich hab den im Fernsehen gesehen. Da hab ich bei der Freundin, äh, angeschrien, guck mal, das ist David! Das ist richtig. Ja, der David ist berühmt, der war im Fernsehen. Ja, du warst auch schon im Fernsehen. Nee, wo? Doch, ich hab dich schon gesehen. Ja, ich hab mal nach einem Bushido-Konzert ein Interview gegeben mit 16. Okay, aber das ist ja nun schon ein bisschen her. Äh, ich glaub, du schummelst. Vielleicht schummelt Sven auch, wenn er nämlich fragt. Mich würde mal interessieren, was eigentlich aus eurem Format Quatsche und Bauen geworden ist. Tot? Ganz im Gegenteil. Wie alle angekündigten Projekte, alles ist bei uns maximal, wirklich maximal im Koma. Und zwar intensiv selbst dort hineingelegt und, äh, dort aufbewahrt, so wie im Kryo-Schlaf. Aber nichts ist tot. Genau, das ist wie so ein, äh, das ist wie so ein, äh, wie so ein Akku, den man mit, äh, den man auf 80 Prozent, äh, lädt und dann im Kühlschrank lagert. Dann hält er sich lange und bleibt noch gut. Oder wie so eine Paprika im Null-Gradfach im Kühlschrank, die hält sich da auch besonders lang und bleib. Hast du gesehen, dass, äh... Als Enduro-Battery-Packs rausgehauen hat, die sollen, äh, bei Kälte, ähm, trotz der gleichen Kapazität deutlich länger halten. Nee. Ich weiß nicht, warum ich das weiß. Ich besitze nicht mal eine GoPro. Und so aktiv bin ich auch nicht, dass ich eine Action-Cam bräuchte, aber ich weiß das halt. Manchmal sind so Wissensdinger, naja. Ja, äh, ich würde sagen, wir schließen die Kommentare. Nee, ich wollte noch kurz, also einmal ernsthaft auf die Frage antworten. Nein, das ist nicht tot, ähm, das, äh, kommt wieder. Ähm, ist nur aufgrund des Umzugs, äh, hat sich halt alles so ein bisschen, ähm, verschoben. Ich hab immer noch keine vernünftige, ähm, Lokalität, was Streaming angeht. Und, äh, wenn wir es machen, haben wir beschlossen, wollen wir es cool machen. Und deshalb ist grad so ein bisschen ... Deswegen weiß ich davon nix. Wir arbeiten dran. Ganz lose im Hintergrund. Was, hä? Ich weiß davon nix, deswegen, äh, ihr wollt's cool machen, also ohne mich. Ja, quatschen und bauen war, war ja bisher, äh, war ja bisher ohne Rick, ja. Ja. Das ist, das ist richtig. Ja. Vielleicht laden wir da auch mal Gäste ein, genauso regelmäßig, wie wir im Podcast Gäste, Gäste einladen. Ähm. Aber jetzt können wir einen Haken dran machen, gell? Ja, jetzt können wir einen Haken dran machen. Ähm, ja. Ich sehe in der Therapiestunde Vorbereitung, wenn ich das richtig sehe, du hast ein bisschen, ähm, Redebedarf. Ja, ich ... Deswegen, du leg doch einfach mal los. Rick, was gibt's zu therapieren? Weil bei mir ist so alles weg. Ich war, ich war quasi zwei Wochen alleine. Bin komplett vereinsamt. Ähm, und da haben sich natürlich die, die Themen eingestapelt. Wenn ich nicht einmal die Woche mich leer podcasten kann, dann, äh, sammelt sich das an. Bohrt jetzt gerade hier einer? Ich weiß nicht, ich höre ein bisschen Gebrummel im Hintergrund. Aber das filtert die Software bestimmt nachher alles raus. Da hören die Hörer gar nichts von. Äh, ach so, was ich übrigens gerade noch sagen wollte. Mir kam das tatsächlich auch, abgesehen von meiner Mandelentzündung, letzte Woche recht gelegen. Weil durch diesen unendlichen Wahnsinn rund um, äh, Black Friday, Week und Month und Singles Day und Cyber Monday und Schieß mich tot, ähm, war es, glaube ich, mal ganz gut, eine Woche Pause zu haben. Weil dann, äh, wäre meine Laune, glaube ich, noch schlechter gewesen als, als diese Woche. Also dieses Ganze, als Lego jetzt heute, heute Morgen wieder eine neue Gratisbeigabe am Start hatte, hab ich gedacht, leck mich doch an die Füße wirklich. Ich hab keine Lust mehr. Ich möchte nicht mehr darüber schreiben, dass man irgendwas für ultra viel Geld kaufen muss und dann irgendwas gratis dazu bekommt. Es geht mir so sehr auf die Nerven. Ich will nicht mehr. Bitte hört auf. Und ich weiß genau, das läuft jetzt bis zum 5.12., dann geht am 6.12. die nächste Aktion los, die läuft eine Woche und danach läuft noch eine Aktion und es geht einfach so weiter. Und ich frage mich, ob das jemals wieder aufhört. Aber hey, Leute, kauft, kauft, kauft und klickt auf unsere Affiliate-Links, als gäbe es kein Halden mehr. Oh Gott. Falls ihr da einen leichten Frust draus hört, ja, ist vorhanden. Entschuldigung, wird wieder besser. Ja, bei mir hat sich wirklich viel, viel angestaut. Und wo ich gerade dieses Bohren hier vernehme, was eigentlich den ganzen Tag hier nicht war und gestern auch nicht. Letzte Woche wurde angefangen bei uns in der Etage unter uns neue Wohnungen zu bauen, zu erstellen. Und zwar waren da früher die Obergeschosse von zwei Shops, beziehungsweise bei dem einen war es das Lager im Obergeschoss und unten die Verkaufsfläche. Und beim anderen war beides auf zwei Ebenen. Und ja, das wurde jetzt runtergekürzt, dass nur noch ganz unten die Geschäftsräume sind, die aber leer stehen übrigens, was typisch für diesen Ort ist. Und da haben sie angefangen, hier zu stemmen, zu bauen, zu drudelieren. Und vergangenen Freitag haben sie dann auf einmal, ohne das anzukündigen, das Wasser abgestellt. Oh. Was kein großes Problem ist. Aber nachdem das Wasser wieder da war, war unser Wasserdruck nicht mehr derselbe. Und nachdem der Wasserdruck nicht mehr derselbe war, war das Schlimmste daran, dass du jetzt ungefähr gefühlt fünf Minuten auf die Klospülungsauslösetaste drücken musst, damit ein bisschen Wasser nachspült. Und das war über das ganze Wochenende so. Und dann habe ich am Montag da angerufen. Dann hat man mir gesagt, ja, jetzt sind die Sanitäter aber schon weg. Dann habe ich gesagt, ja, dachte ich mir, dass sie über das Wochenende nicht da geblieben sind. Sonst hätte ich ja vielleicht irgendwann wieder Wasser gehabt. Aber, ähm, ja, nee. Und dann sollen die jetzt irgendwann diese Woche kommen. Gestern haben sie angerufen, haben gesagt, sie kommen 12 Mittwoch bis Freitag. Und melden sich dann nochmal kurzfristig an. Und so lange habe ich jetzt immer noch einen Eimer Wasser neben dem Klo stehen. Was ich wirklich, also, das ist Luxus, fließendes Wasser. Wirklich, das merkt man da. Ja. Ehrlich, ärgerlich. Gott sei Dank geht das Wasser woanders noch wenigstens so, dass man sich duschen kann oder Hände waschen kann oder was abspülen kann oder so. Das geht noch. Ist nicht so dolle wie früher, aber erzend. Ja, das macht keinen Spaß. Wir haben irgendwie bei uns in der Küche zu viel Wasserdruck und da läuft einfach schon mal was aus. Oh, krass. Auch doof. Ja, auch schlecht. Ja, Wasser ist sehr clever. Das sucht sich immer den leichtesten Weg. Ja. Den es eben kann. Weil dann hier in dem Haus so viel gebaut wurde, habe ich dann gedacht, ich baue mal auch um und habe meinen Arbeitsplatz umgebaut, bin jetzt mit meinem Schreibtisch näher an mein Lego-Regal gezogen, kann jetzt im Prinzip mich umdrehen und an meiner Stadt weiterbauen, während ich am Schreibtisch sitze. Was ich sehr, sehr praktisch finde, leider hat dieser Schreibtisch das Bedürfnis immer wegzurutschen und ich verstehe nicht warum. Vielleicht zum Moment muss ich den am Boden festspachsen. Das sind ja nicht andere Wege, irgendwie. Ja, wahrscheinlich. Ich habe noch keinen gefunden, mir auch noch keinen überlegt. Ich hatte ja nicht so die Verpflichtung viel an dem Schreibtisch rumzusitzen. Habe es zwar durchaus ein bisschen gemacht, aber naja. Was ich auch da gemacht habe, war, ich habe meine künstlerische Ader wieder ein bisschen freien Lauf gelassen. Ich habe in den letzten Jahren viel mit Acryl gemalt oder Öl auch, Ölfarbe auf Leinwände und so, aber ganz, ganz früher habe ich sehr, sehr viel Graffiti-Zeug gemacht. Und das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht und dann habe ich mir gedacht, holst du dir mal so ein kleines Büchlein raus, holst dir mal ein paar Farbstiftchen raus und malst ein bisschen rum. Und ich habe festgestellt, dass mir das unfassbar Spaß macht. Ich habe nicht die richtigen Stifte dafür und ich bin völlig aus der Übung. Es ist wirklich wie, man verlernt vielleicht Radfahren nicht, aber wenn man das erste Mal wieder aufsteigt, dann sitzt man doch sehr unsicher drauf, glaube ich. Und genau das ist es gerade auch mit dem Zeichnen und Malen und sowas. Comic-Figuren kriege ich gerade gar nicht hin. Oder Graffiti-Faces, was ja so ein bisschen identisch ist. Aber das stört mich ein bisschen, aber das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ja, ich habe gesehen, du teilst ein bisschen was davon ja auch bei Instagram. Ja, wobei ich tatsächlich sagen muss, ich bin momentan wieder so dermaßen überfordert mit Netzwerken und auch mit Menschen auf Netzwerken. So, es ist einfach nur, die Netzwerke wollen ja nur, dass man immer da bleibt und es ist gar kein richtiger Austausch. Es ist wenig sozial an den Netzwerken. Es ist einfach nur, poste was, damit die Leute bei uns bleiben und guck dir an, was die anderen posten, damit du da bei uns bleibst. Das ist so ein bisschen zeitverschwenderisch und dann bleibt wenig, weniger Zeit zum Graffiti basteln. Apropos, du hast ja bei, wir sprechen ja gleich noch über den Stonewalls Adventskalender. Und wenn ich da kurz was zu deiner Netzwerkaktivität sagen darf, du hast ja den Stonewalls Adventskalender auch den ersten Tag gepostet. Und als erstes Bild, also wir wollten das ja spoilerfrei gestalten, dass Leute, die nicht direkt morgens ihre Adventskalender aufmachen können, nicht sehen, was in den offiziellen Lego Adventskalendern drin ist. Aber wir haben ganz tolle Fotos von den Inhalten gemacht. Also Jonas hat die gemacht. Die sind so wunderschön gewesen, als ich dachte, die musst du mal teilen. Das ist auch eigentlich eine gute Idee, aber als erstes Bild kommt dann so, hey, Stonewalls Adventskalender 2021. Und als zweites Bild kommt einfach, last spoiler alert, do not swipe. Und ich habe dann gedacht, okay, das ist wirklich so eindeutig formuliert. Niemand traut sich eins weiter nach rechts zu swipen, weil wahrscheinlich wird ihnen Spider-Man No Way Home gespoilert. Oder weiß ich nicht, dass Darth Vader Lukes Vater ist. Ich weiß nicht, was da für ein Spoiler kommt. Ich habe mich noch nicht getraut zu gucken, was als Spoiler genau kommt. Ja, liest einfach den Text, dann wird dir das weiterhelfen. Ja, vielleicht können wir für morgen das ein bisschen, dass die Leute doch auch, wenn sie wollen, dann sich doch vielleicht trauen, weiter zu swipen. Aber ich fand das wunderschön, lest doch einfach den Text. Dafür sind doch die Textfelder da. Ich habe es in zwei Sprachen gepostet. Ich habe es auf Englisch und Rhetoromanisch. Naja, gut. Ich fand es auf jeden Fall witzig. Ich habe doch heute so geguckt, wo ich so, boy, oh boy, okay, ich swipe nicht weiter. Keine Angst, ich werde nicht gucken. Ja, was hat sich noch so ergeben in deiner letzten Woche? Ich habe ein Päckchen geschenkt bekommen. Es war ja Black Friday und da gab es ein Angebot von MyHeritageDNA. Und da wurde mir, weil das jemand schon aus dieser Familie gemacht hatte und man mir nachsagt, ich hätte eine sehr verrückte Konstellation von Ethnien in meiner, in, 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 boah, jetzt ist aber gut hier mal mit dem Bohrern, ähm, in meiner DNA. Ähm, ich sollte das auch unbedingt mal machen und habe das geschenkt bekommen, äh, quasi so als Adventsgeschenk. Und habe dann, ähm, ja, das mal eingeleitet, äh, Nasenwände, äh, abpoliert, da hat man ja jetzt Erfahrungen drin. Und, äh, dann, ähm, so DNA weggeschickt. Und ich bin sehr, sehr neugierig, werde euch alle auf den Laufenden halten, ähm, was ich denn so bin. Wahrscheinlich bin ich irgendwie so Pinguin, Wal, Bär, ja, ja, all das wird kommen. Ja, cool, bin ich mal gespannt. Halt uns auf dem Laufenden. Ja, dann, äh, wir haben, äh, in diesem Zusammenhang habe ich, äh, mit meiner Freundin noch gequatscht. Und wir haben über, äh, verschiedene Sachen geredet. Und dann kamen wir irgendwie darauf, dass wir mal Urlaub gemacht haben im Schwarzwald. Und wir waren da am Titisee und da gibt's wohl eine Sprungschanze. Ähm, und ich war als Kind schon wirklich, ähm, so bei, äh, der Vierschanzentournee. Also sind wir dem Tross hinterhergereist und sowas. Ähm, und wir waren viel in Innsbruck und anderen Orten, Oberstdorf und sowas, ähm, einfach bei, bei Sprungschanzen. Und ich hab zu meiner Freundin gesagt, boah, so auf einer Sprungschanze stehen, ich glaub nicht, dass ich mich das trauen würde. Das wär mir bestimmt zu steil und zu hoch. Ich hab ja ein bisschen Höhenangst. Und jetzt im Alter ist das, äh, deutlich schlimmer geworden als früher. Und dann sagte meine Freundin mir, ja, aber als wir damals den Osterurlaub an Titisee gemacht haben, bist du doch auch auf der Sprungschanze gewesen. Und ich dachte so, nein. Und die so, doch. Ich so, nein. Ich kann mich noch an das erinnern und das und das. Und sogar eine, äh, Satellitenschüssel war da an irgendeinem Haus, äh, auf der stand Satan. Also Sat-an, aber Satan. Was ich sehr lustig fand. Und, ähm, daran kann ich mich noch erinnern oder, dass ich, äh, da, äh, Osterhasen halt, äh, sehr lustig fand. Und verschiedene Restaurants und meinen ersten Schwarzwälder Kirschtorte im Schwarzwald mit Schwarzwälder Kirsch. Ähm, ich kann mich an alles mögliche erinnern. Dass wir uns mitten in der Nacht im Schwarzwald verlaufen haben und es, und ich auf einmal wusste, warum der Schwarzwald Schwarzwald heißt. Das wusste ich alles noch. Auch, dass da ein Zug mitten durch den Wald gefahren kam, als wir da gerade durchgegangen sind. Aus dem Nichts. Und jetzt möchte ich raten aus dem Kontext heraus, aber du konntest dich nicht daran erinnern, auf der Sprungschanze gewesen zu sein. Ich kann mich bis jetzt nicht daran erinnern. Aber deine, deine Freundin hatte recht? Oder gibt es Bilder? Keine Ahnung, sie, 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 sie sagt, es gibt Bilder, es gibt sogar Videoaufnahmen davon. Ähm, ich hab aber nicht danach gesucht. Ist jetzt ein bisschen antiklimatisch, die Geschichte. Ich, 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 ich find das, ich find das nur so, müsste man das nicht im Kopf behalten, wenn man so ein eindrückliches Erlebnis von einer Skischsprungschanze, sie sagt sogar noch, ja, da ist eine kleine und eine große und wir waren auf der ganz großen. Ganz oben. Und ich kann mich da nicht verhindern. Vielleicht hast du dir das gerade schon beantwortet. Vielleicht war das einfach kein eindrückliches Erlebnis. Vielleicht hab ich auch nur einfach so ein traumatisches Erlebnis dabei gehabt und hab mich einfach wirklich so dermaßen eingemäßt, dass ich da nicht mehr dran denken will. Das kann natürlich auch sein. Ja, und du hast, glaub ich, als letzten Punkt auf deiner, ähm, auf deiner Liste einen Punkt. Und den hätt ich auch bei mir draufgeschrieben und hab dann gedacht, aber irgendwie hab ich, ich schreib's nicht drauf, mal gucken. Und jetzt hast du's draufgeschrieben. Dann lass, lass uns darüber sprechen. Ja, äh, der, der Grandmaster of, äh, Gangster-Deutsch-Rap. Äh. Ja. Bushido. Bushido. Äh. Bushido. Keine Ahnung. Ja, okay, da gibt's eine Doku. Der hat eine Doku, die hieß Unzensiert. Und, äh, die hat, äh, die haben den begleitet, ihn und seine, äh, Frau. Und haben den Weg dokumentiert, wie er versucht hat, seinen, was man heutzutage in der Hip-Hop-Szene als Rücken bezeichnet, loszuwerden. Äh, der wohl laut den einhelligen Meinungen dieses Filmes, ähm, einem Clan entstammt? Ja, nicht einem Clan entstammt, sondern der, äh, immer wieder in den Medien gerne mal als Clan-Oberhaupt bezeichnet wird. Und als, ja, äh, ja, ein, ein krimineller, es wird ihnen unterstellt, ein krimineller Clan zu sein, sagen wir's mal so. Aber es ist halt nicht, äh, er ist nicht verurteilt bis jetzt. Nein, ist nicht mal vorbestraft. Ja. Ist gar nichts. Ganz im Gegensatz zu Bushido übrigens, der, ähm, mindestens einmal vorbestraft ist. Ich glaub sogar zweimal. Ja. Unter anderem wegen Steuerdelikten und Versicherungsbetrug und so Sachen. Also, ähm, das ist dann schon, gibt's, gibt's, naja, okay, ja. Wie, also wie fandst du die denn, die Doku? Weil ich hab die jetzt auch komplett gesehen, ähm, in den letzten Tagen. Alle sechs Folgen. Was ich? Als ehemaliger Deutschrap-Konnisseur. Ich hab, äh, früher alles gehört, was irgendwie kam, da hab ich vor ein paar Jahren mit aufgehört, aber, ähm. Ja, bei mir war's halt, ähm, so, ich, ich bin halt auch sehr eng verbandelt mit dem Deutsch-Hip-Hop, mit dem deutschen Sprechgesang. Aber tatsächlich ist bei mir wirklich so Advanced Chemistry, Fanta 4, äh, ähm, wie heißen die Jungs aus dem Norden, Blumentopf, die sind aus dem Süden, aber ist egal. Fettes Brot, ja. Fettes Brot, genau. Ähm, also diese Bands hab ich damals sehr gut, sehr gern gehört, ähm, Freundeskreis, die ganzen Sachen und so. Also, ähm, da war viel deutschen Hip-Hop, deutschen Sprechgesang, der aber sich nicht in diese Szene des Gangster-Raps, äh, begeben hat. Ähm, so spätestens mit Agro Berlin war ich ziemlich raus, muss ich ehrlich zugeben. Aber das war nicht so bei meinen Hip-Hop. Da ging's bei mir halt los. Ja. Und, ähm, ich war auch nie so ein großer, äh, Bushido-Fan oder sowas. Also, man hat bestimmt mal das eine oder andere Lied gehört, aber, ähm, ja. Ich war jetzt kein großer Fan, bin aber auch kein großer Hater oder sowas. Ähm, ich hab mal Kul Savas kennengelernt und, äh, den fand ich extrem nett. Extrem! Aber der war wirklich lieb und nett und, äh, der hat's halt auch drauf. Also, der hat einen richtig krassen Flow und, ähm, der kann Freestyle wie höchstens noch Sammy Deluxe. Ja, obwohl Sammy Deluxe ist noch da drüber eigentlich. Sammy Deluxe ist Gott. Die haben, die haben auch, nee, die haben alle ihre besten Zeiten hinter sich, finde ich, aber gut. Ja, aber wie fandst du denn die Doku? Jetzt mal zur, zur, zur Doku. Weil bei mir hat die zwischendurch so, ähm, ja, die, da hatte ich zwischenzeitlich ganz schöne Cringe-Gefühle. Weil das so, der ist so, der war schon immer so extrem gut darin, sich selbst zu inszenieren. Und jetzt inszeniert er sich selbst aber mal ganz anders und ist jetzt total unterwürfig. Und sagt nur, ah, ja, nee, ich hab da ja auch so viel Scheiße gebaut und so. Und ich will das ja auch alles gar nicht. Und irgendwie, das ist so eine Hofberichterstattung, die von der BILD da gemacht wurde. Von seinem, äh, ja, ja auch zu seinem Freundeskreis gehörenden, wie heißt der Typ hier, ähm... Wilhelm. Nein. Äh, dieser Clan-Reporter von der BILD, der auch immer... Ach so. Ähm... Ja, komm ich jetzt auch nicht drauf. Ja, steht auf jeden Fall, der ist halt Produzent von der Doku, auf jeden Fall hat das für... Peter Rosberg, genau. Ähm, Peter Rosberg hat das ja mitproduziert, äh, der mit Bushido auch befreundet ist. Und all so Dinge, die irgendwie ansatzweise in der Zeit passiert sind, die für Bushido nicht so toll waren, die werden halt in der Doku einfach mit keinem Wort erwähnt. Und das finde ich, weil da so viel war, ist das einfach so eine so lückenhafte Erzählung, diese Doku. Mir hat die auch Spaß gemacht, ich gucke das gerne, das ist dann irgendwie Entertainment. Und ich finde das irgendwie auch spannend, aber das ist halt so, ja, es ist, wie die Doku heißt, Bushidos Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit, sondern halt seine, ich glaube, ich weiß nicht, ob es die Süddeutsche geschrieben hat oder Frankfurter Allgemeine oder so, irgendwie seine unwidersprochene Wahrheit. Das sind ja keinerlei Gegendarstellungen in irgendeiner Art und Weise in dieser Doku. Ja, ich persönlich, ähm, fand's ein bisschen schwierig, dass, ähm, im Endeffekt wird zum Beispiel, wenn jemand, ähm, ein lange Zeit ein extremer Nazi war und auch da eventuell Verbrechen begangen hat oder, ähm, schlimme Sachen, äh, gemacht hat. Falsche Sachen, was ja immer schlimm ist, wenn man ein Nazi ist, ähm, aber wenn man dann so aus dem rechten Milieu austritt, ähm, dann werden die Leute in der Regel nicht noch verhöhnt dafür, sondern im Gegenteil. Man versucht sie aufzufangen und, äh, zu integrieren in die Gesellschaft und viele sind ja dann auch, ähm, engagiert in dem Bereich so zu informieren und sowas. Und da fehlte mir so ein bisschen, zumindest in der Bubble drumherum, die ich so mitgekriegt hab, dieses, ähm, ja, er versucht's jetzt wenigstens. So, wie er's versucht, find ich nicht richtig. Also, gerade so, auch wenn man, äh, sich so echauffiert, wie er das macht, also so wirklich penetrant beleidigt, ja, dann lass das doch auch. So, weißt du, wie ich meine? So, ähm, ja, der ist ein Naschloch und der dies und der das und... An dieser Stelle folgten nun einige unflädige Zitate aus der gerade besprochenen Dokumentation und eine kurze Aufregung darüber meinerseits. Wir haben euch das an dieser Stelle erspart. Tut mir leid. Das ist mit mir durchgegangen, so wie es mit ihm durchgegangen ist. Ich finde nur, er hätte sich sowas halt alles sparen können, ähm, und da, ähm, von seiner sich selbst attestierten, äh, Eloquenz auch ein bisschen, äh, anwenden können auf sich selbst. So, da ein bisschen differenzierter dran zu gehen, ein bisschen weniger wütend, ein bisschen weniger aggressiv, äh, weil er ja sonst doch eher, wie du sagst schon, so ein bisschen, ja, wie, wie so der kleine Hund im Rudel so sich auf den Rücken legt, den Schwanz einzieht, die Kehle zum Biss, äh, freigibt und sagt hier, tut mir leid, ich geb auf. Ne, ich finde das grundsätzlich ja auch gut, sich, äh, von der, keine Ahnung, Kriminalität zu distanzieren und sich aus so einem alten Leben rauszulösen, wie du gesagt hast, ähm, nur wenn man früher andere Leute für genau das so extrem fertig gemacht hat und angegriffen hat und, ähm, ähm, das so zelebriert hat, ähm, und dann so eine 180-Grad-Wendung macht und dann erwartet, dass jeder direkt folgen kann. Und jeder direkt sagt, ah ja, klar, okay, gute Entscheidung und, ähm, das unwidersprochen, ähm, stehen bleibt und jeder Verständnis dafür hat, das sehe ich halt einfach nicht. Also das, ich finde, man kann das, ich verstehe die Wut, die einige Leute auf ihn haben, ähm, und bis heute haben, weil der, glaube ich, nie ein einfacher Mensch war, um mit ihm umzugehen. Ähm, und das hat sich auch jetzt nicht geändert. Also es gibt da noch ein Interview mit Falk Schacht, das habe ich jetzt noch nicht ganz gesehen, was er danach, äh, veröffentlicht hat. Ja, das habe ich noch nicht gesehen. Ähm, das ist, da merkst du auch so, das ist so viel Selbstdarstellung und, äh, dem ist so scheißegal eigentlich, wenn er andere Leute mit sowas verletzt. Ähm, das, ja, naja. Ja, ähm, was ich sehr bemerkenswert fand, ähm, ist seine Frau. Ja, ähm. Anna-Maria Feschichi. Genau, ähm, die finde ich sehr bemerkenswert in ihrer Darstellung. Also, ähm, wie sie sich gibt, wie sie sich, ähm, darstellt, finde ich sehr, ja, ist auch ein bisschen, ähm, nicht ganz eindeutig für mich. Also, ich weiß, ich kann es nicht, äh, wirklich greifen, ob das wirklich alles ehrlich und wahr ist und sowas. Ähm, ähm, weil viel ist dann auch so, äh, den eigenen Mann zu verteidigen in, in einer sehr extremen Form, kann ich nachvollziehen, kann ich verstehen, ähm, aber dann auf der anderen Seite, ihn immer so durch, alles durchgehen zu lassen, so, dass, ich, ich, ich meine jetzt nicht, sie müsste jetzt zu Hause auch so, was weiß ich, den, in Anführungszeichen, äh, Zeichen, Drachen spielen oder so. Aber, so, ihr Mann ist ja ihr gegenüber, äh, auch nicht immer so konform. Also, es ist so sehr viel, ja, mir geht's nicht gut, mir geht's nicht gut, mir geht's nicht gut und sie hat 19 Kinder da und kümmert sich um die und noch um ihn und stärkt ihn den Rücken und kümmert sich noch gleichzeitig um sich und fährt dann noch zu Mama und, äh, Stiefpapa und so. Also, das ist alles so, das, 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 da verstehe ich nicht, warum das so dargestellt wird, als müsste so sie ihm gegenüber so latent devot sein. Hm, ich finde, das wird gar nicht so dargestellt, zumindest im Graf der Doofen kommt das nicht so gut. Empfinde ich so, empfinde ich so, ist mein, vielleicht ist das eine völlig falsche Empfindung, ich hab's so empfunden. Aber sie ist halt auf jeden Fall, äh, deutlich stabiler als er, also weil, also wenn Bushido keine handfeste Depression hat, dann weiß ich's auch nicht. Ähm, aber das sagt er ja auch selber. Ja, aber empfehlenswert zu sehen oder nicht? Kommt drauf an, also nur, wenn man sich für den Charakter interessiert und ein bisschen was mit, mit Deutschrap anfangen kann, dann ja, ansonsten ist das natürlich vollkommen irrelevant und sorry für die letzten 15 Minuten, wo wir darüber gesprochen haben. Ähm, weil ich, also ich glaube, wenn man mit dem, also sich mit dem nicht auseinandersetzen will, dann, ähm, also weiß ich nicht, da würde ich jetzt nicht zu meiner Freundin gehen und sagen, Mensch, lass es doch mal zusammen gucken, weil das nützt nichts. Also, da haben wir dann beide keinen Spaß dran. Das gucke ich lieber alleine und, ähm, wenn man irgendwie mit der Person was anfangen kann und dem, der Musikrichtung vielleicht, dann passt das schon. Naja, wollen wir mal übergehen zu Lego, da, äh, gibt's ja auch irgendwie noch so ein paar Dinge, die wir, die wir noch zu besprechen hätten eigentlich. Meinst du, weil wir ein Lego-Podcast sind? Ja, eigentlich ja, zumindest mal gewesen. Ich glaube, wir sind eher der, äh, offizielle Bohr-Podcast diese Woche. Ey, ich krieg einen Affen, wirklich, meine Füße summen die ganze Zeit auf dem Parkett. Gehen wir über in den Sale. Ja, ähm, wie gesagt, ja, Werbung, ähm, es gibt gerade eine neue Gratis-Bergabe im Lego-Online-Shop, das Lego Creator 31093 Hausboot, ab 170 Euro Einkaufswert und die Dezember-Neuheiten sind teilweise in den Verkauf gestartet, aber ist nicht so besonders spannend, deshalb lasst es besser bleiben. Ende Dezember kommen dann die Chinese New Year-Sets, da wird's wieder interessant. Werbung Ende. Du bist ein Frosch, ey. Ja, ich hab ja schon andeuten lassen, ähm, ich bin mal froh, wenn's jetzt mal ein bisschen, wenn's mal ohne, ohne Sale und ohne Angebote ein bisschen auskommt. Das ist halt immer das Ding, ich bin so hin und her gerissen zwischen, ich könnte ja auch einfach entscheiden, ich berichte da nicht drüber, aber man sieht ja auch, dass die Leute das ja lesen wollen, ne? Also wir merken das an den Klickzahlen, die Leute haben da Interesse dran, ähm, wir merken das daran, dass ich alleine heute Morgen irgendwie fünf Mails bekommen hab, so, hey, habt ihr das Hausboot eigentlich noch nicht gesehen, das ist jetzt Gratis-Beigabe. Ich denke immer, doch, haben wir, aber ich bin grad, ich hab da so wenig Bock drauf, das Angebot, dass ich grad ein bisschen langsam da bin. Ähm, aber man merkt halt, die Leute wollen's lesen, deshalb nehmen wir's natürlich auch mit auf. Ja, und, ähm, man könnte jetzt auch, äh, noch sagen, wer noch unbedingt ein, ähm, ähm, Boba Fetts Starship haben will, ähm, für 49,99, ähm, und der möchte das zu Weihnachten, jetzt ist es noch nachbestellbar, wird dann zum 20. Dezember versandt, könnte dann voraussichtlich eventuell, äh, Weihnachten da sein, aber man bekommt, äh, derzeit doppelte VIP-Punkte für dieses Set, ähm, bis zum 31. bis zum 12. einschließlich. Ab heute. Aber ist das, ist das nicht ein ganz normales Set, was jeder irgendwo überall gibt, oder ist es überall ausverkauft gerade, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, bei, ähm, bei Lego ist es, äh, zum Nachbestellen, aber mit doppelt VIP-Punkte. Vielleicht, äh, interessiert's ja einen, der sowieso im Lego-Store einkaufen wollte und, äh, oder Lego-Online-Shop und dann da vielleicht auch noch mal zugreifen mag. Ich versuch es wert. Ich wollte es ja nur mal sagen, du musst ja, kann ja jeden so langweilen wie dich oder auch nicht. Ich bin einfach, ich bin ein bisschen müde. Ja, mach dir nix. Und gelangweilt, deswegen habe ich so gegamed. Nein, ähm. Dann, dann verlassen wir die Werbung. Ja. Ähm, übrigens, wenn ihr unsere Links benutzt, dann kriegen wir davon einen Abschlag. Disclaimer. Äh, ihr bezahlt dafür nicht mehr. So, danke. Tschüss. Ähm, ja. Jetzt haben wir eine Sache in eigener Sache. Hast du eben schon mal angesprochen. In eigener Sache startet, äh, hier steht im, in der Vorbereitung. Und zwar, das, hier muss ich jetzt noch mal kurz euphorisch werden, in meiner sonst, äh, heute etwas gedämpften Stimmung. Und zwar haben wir einen wunderbaren Adventskalender vorbereitet. Und da ist in den letzten Tagen so unglaublich viel Zeit reingeflossen. Vor allem von Jens und Jonas, die da richtig sich reingekniet haben. Aber auch andere Teammitglieder haben tolle Rätsel erstellt. Wir haben schöne Bilder. Wir haben wirklich, das ist der, das wird auf jeden Fall mit Abstand der beste Adventskalender, den wir je hatten. Auch was die Preise angeht. Ähm, es gibt richtig, richtig coole Sachen, dieses Jahr zu gewinnen. Wir verraten noch nicht viel. Aber es wird, also es wird Rätseltage geben. Die sind richtig bockschwer, finde ich. Also, das war nicht so easy. Ich könnte den von heute, also das Rätsel schon nicht lösen. Na gut, heute geht's noch. Heute soll man nur in die Kommentare schreiben. Das, äh, das würde noch funktionieren. Morgen geht's dann los mit den Rätseln. Ich glaube, insgesamt kann man dreimal so ganz einfach was in die Kommentare schreiben. Und der Rest ist dann schon eher Rätsel. Und, ähm, es gibt so zwei, drei Sachen. Boah, da. Ja, also es wird auf jeden Fall ein rätselintensiver Dezember. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Spaß dran. Wir hatten, ähm, glaube ich, auch ein bisschen Spaß beim Bestellen. Aber es war auch sau viel Arbeit. Deswegen, ähm, wenn Leute fragen, hey, wie, äh, können wir euch unterstützen? Teilt mal gerne den Adventskalender. Das finde ich cool, weil da jetzt wirklich viel Arbeit reingeflossen ist. Und, ähm, der kommt dieses Jahr, wenn alles, ja, eigentlich läuft schon alles wie geplant. Dementsprechend würde ich sagen, der kommt jeden Tag, morgens früh direkt online. Ähm, wir sind bestens vorbereitet. Es gibt, ich glaube, wir haben, ich muss noch eine Sache machen, die auf meiner To-Do-Liste steht. Ähm, Jens und Jonas haben sonst alles andere schon so gut wie fertig gemacht. Ey, es wird einfach geil. Und, äh, heute gibt's zu gewinnen. Und man muss dafür nur einen Kommentar schreiben. Ähm, das, ähm, Lego, ja, Advents-GWP von letztem Jahr nochmal. Nämlich die 40.410-Hommage an Charles Dickens. Und was mich bei sowas schon mal ein bisschen traurig macht, ist, also man sollte heute nur was in die Kommentare schreiben. Und dann liest du so die ersten 10, 20 Kommentare, die geschrieben werden, hast das Gefühl, dass ungefähr ein Viertel der Leute, die was in die Kommentare schreiben, nicht mal in der Lage waren oder sich nicht mal die Zeit genommen haben, zu lesen, was in dem Beitrag steht, was man in die Kommentare schreiben soll. Einfach nur die Überschrift gelesen haben. So, in der Überschrift steht, eure Wünsche für 2022. Im Beitrag erklären wir dann auch fett gedruckt, ne, es ist gar nicht so leicht zu überlesen, dass wir fragen, was die Wunsch-Themenwelt für 2022 ist. Und dann schreiben uns die Leute die Kommentare wie, ein Stonewalls-Fan-Treffen oder Weltfrieden, wo ich denke, ja, cool, sind halt nur keine Themenwelten bei Lego. Also weder, also nicht mal mögliche Themenwelten bei Lego. Dementsprechend. In dem Footer steht, geht der erste Satz los mit, bitte konzentriert euch in den Kommentaren ausnahmsweise auf die Antwort auf unsere Frage nach eurem Themenweltwunsch für 2022. 2022. Ja. Ja. Genau. Und dann, der erste Kommentar ist dann direkt, ein Stonewalls-Apartment. Ja, das ist ein Set jetzt und keine Themenwelt. Und das ist dann schon mal so ein bisschen, ich verstehe schon, die Leute wollen direkt mitmachen und so, aber, ähm. Ja, gut, aber es kommen ja dann noch, äh, TBBT, Friends. Ja, nee, also ein Stonewalls-Apartment wie The Big Bang Theory, Friends, etc. Das wäre toll, ja. Also es ist einfach, ähm, ein bisschen, wenn man das wertschätzen will, dann vielleicht auch mal die Zeit nehmen, das kurz zu lesen und zumindest zu fragen. Weil es ist, wir wissen jetzt schon, dass morgen beim Rätsel, das ist jedes Mal, das ist ja so gewesen beim Adventskalender, da wird siebenmal ungefähr drinstehen, schickt uns das per E-Mail und wir wissen jetzt schon, dass direkt morgens die allerersten Leute die Antwort in die Kommentare schreiben werden, weshalb wir jetzt unsere, äh, so eine Blacklist für die Kommentare schon anlegen müssen, wo alle möglichen Antworten, die, eventuell was verraten könnten, draufstehen, damit die Kommentare definitiv in der Moderation landen oder automatisch gelöscht werden, ähm, damit da die Leute nicht die Lösung in den Rätsel, äh, die Lösung in den Kommentaren verraten. Und das ist dann schon mal, denke ich mir so, oh Mann, Leute, wirklich die, die, die Minute Zeit nehmen, das wenigstens, wenigstens die gelben, fett gedruckten Bereiche zu lesen, das, ähm, sollte man haben. Ja, wird auch nicht, äh, weniger, wenn, äh, äh, die Leute alles Mögliche dann auch noch kommentieren, so, ja, verstehe ich auch, aber so, pff, ist halt viel Arbeit. Äh, ich würde ja rausschmeißen, mein lieber Jolli. Gut, dass ich nicht an den Kommentaren rumfuhr, fuhrwerke. Nur die Kommentare, die bleiben natürlich stehen, nur wenn halt nachher wirklich... Ich würde ja an der Auslosung, ich würde ja, meine Auslosungsliste, die wäre ja hui. Naja, also wenn halt jemand Weltfrieden reingeschrieben hat, dann wird der halt nicht mit ausgelost. Weil das ist nun mal nicht die... Ja, das ist so. Die muss man halt leider machen, die Arbeit sich das, also die Arbeit, äh, machen, das rauszufiltern, so ist es halt nachher leider, ähm, können wir nicht ändern? Oder werden wir nicht ändern? Ne, können wir auch nicht ändern, ist schon richtig. Naja. Ja, Tanja Klinger hat geschrieben, eine Haus- und Wildtierthemenreihe. Bedeutet das eine Hausthemenreihe und eine Wildtierreihe oder eine Haustierthemenreihe und eine Wildtierthemenreihe? Das verstehe ich halt wieder nicht. Bin ich zu dumm? Weiß ich nicht, aber das ist immerhin ein Themenweltwohnen. Ja, ja. Ich weiß zwar nicht genau, was sie meint, aber sie hat sich... Ja, sie schreibt auch, jedes Kind liebt Tiere und, ähm, äh, kann durch sein Spielzeugerfahrungen der großen Welt im Kleinen machen. Das erklärt ja dann schon mal, dass es auch um Haustiere geht. Aber ich hab das so gelesen und dachte so, hä? Aber ich bin halt auch dumm. Das muss man dazu sagen. Gut, lassen wir die eigene Sache hinter uns und gehen, äh, zu Legos-Sachen und, ähm, widmen uns dem Thema Ideas und BDP. Ja, äh, da gibt's jeweils ein paar Neuigkeiten. Ich glaub, wir haben, dafür, dass es zwei Wochen sind, geht's, ähm, drei Lego Ideas-Entwürfe, die die 10.000 vollgemacht haben und eine spannende News zum Bricklink-Designer-Programm. Mhm. Äh. Ja, wir fangen an mit einem, äh, Castle-Outpost, äh, das 10.000 Stimmen bekommen hat. Ja. Ja. 2.000 Teile, neun Minifiguren. Ähm. Ja, ich verstehe es. Ist eine Burg? Nee, ich ehrlich gesagt nicht in dem hier. Also, ja, ist eine okaye Burg und so und auf gar keinen Fall könnte ich's besser, aber ich finde, die hat sonst, die hat nichts Witziges, die hat nichts Spannendes und die ist jetzt auch nicht so toll umgesetzt, dass ich denke, Mensch, die ist so realistisch, deshalb will ich die haben. Also, irgendwie lässt die mich total kalt. Ja, ich finde sie nett gemacht, ähm, ist es eigentlich unser Gerrit? Einer unserer Gerrits, um das mal besser zu sagen, der das veröffentlicht hat, aber ja, keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall Gerrit aus Deutschland, äh, der das, äh, gepostet hat. Also, ich mach, würde da nicht, äh, irgendwie die Hoffnung haben, dass das irgendwie durchkommt. Wenn das jetzt Gerrit war, unser Zuhörer Gerrit, dann tut's mir mega leid. Oh nein. Gerrit, bitte schreib mir, dass du das nicht bist, weil ich finde das ja schön, es, es begeistert mich nur nicht. Da fehlt mir so der Funke. Ja, äh, das nächste wäre, äh, Let the Music Play, was, ähm, ein Musikladen ist, was halt, äh, Modular Building ist, was halt auch keinen Sinn macht, das einzureichen eigentlich. Ist hübsch, schön, dass du es gebaut hast, äh, ähm, wer auch immer Harris Briggs ist. Puh, ja. Ah. Ist halt, äh, ist halt 2600 Teile, schön gemacht, schöne Ideen, viel Schönes dabei, aber wird halt nicht durchkommen. Das nur so zu posten als, ähm, als Feedback, äh, gerannt, hm, naja. Ja, und, äh, komischerweise, äh, scheinen sich, äh, einige, ähm, Menschen eventuell vorstellen zu können, dass sie auch ein, ähm, ein Bahnhof haben möchten. Ja, da gibt's nämlich auch wieder einen neuen, äh, Ideas-Entwurf, der es geschafft hat, ähm, von, äh, Lepra-Lego. Mhm. Ähm. Das ist Markus Garavelli? Ja, der hat einen Bahnhof, der hat mich auf den ersten Blick so ein bisschen an eine weniger futuristische Version von Studgate erinnert, äh, weil es halt auch so ein Glaskoppeldach ist, ähm, ist ansonsten irgendwie ein nettes, ist ja eigentlich nur so ein Bahnhofseingang, ähm, ohne... Ich, ich finde tatsächlich viel größer ist zum Beispiel der Bahnhof in Oberstdorf auch nicht, wenn du den so umsetzt und da hast du das Gleis auch so an der Seite und hinten raus, ähm, also die Idee kann ich schon nachvollziehen, ähm, ich, ich kenne natürlich auch nicht, also er lebt ja, der Argentinier lebt ja in Spanien, ich weiß nicht, ob der, äh, ob es da eine Vorlage für gab oder sowas, ähm, ja, ist aber halt auch wieder was, was wahrscheinlich so nicht kommen wird. Okay. Weil es auch wieder so an Modular-Building sich anknüpft, zumindest teilweise. Ja, und dann gibt es Boxen. Ja, ähm, gestern oder in der Nacht von, ähm, gestern auf heute sind endlich offizielle Bilder zu den Boxen des Bricklink-Designer-Programms für die ersten fünf Sets online gegangen. Ähm, und das hat zumindest bei mir dann doch für einige Begeisterung gesorgt, äh, weil wir haben jetzt nicht nur die Boxbilder, wir haben jetzt alle möglichen Details, ähm, zu den ersten Sets, also die Burg im Wald, der große Fischkutter, der Tresor des Sheriffs, Kakapo und der Traum von Fliegen, so sind nämlich die offiziellen deutschen Namen, und was soll ich sagen, auf den Boxen ist nicht nur das Lego-Logo samt der Setnummer, sondern Lego hat das Ganze sogar zusammen mit einem eigenen, einem eigenen Themenwelt-Logo hochgeladen, nämlich Lego Bricklink, das heißt, das sind jetzt einfach ganz offiziell Lego-Sets, und das ist, das war ja vorher nicht klar, ob das Lego-Logo zum Beispiel auf der Box sein würde, ähm, und, ähm, das sind aber jetzt sowas von höchstoffiziell Lego-Sets, die haben eine Altersbegrenzung mit 18+, sind die gekennzeichnet, also nicht Begrenzung, sondern, äh, eine Alters- Empfehlung, äh, Empfehlung, wie das bei Lego immer so ist, 18+, ähm, es gibt offizielle Renderings, die richtig schön aussehen, jetzt endlich mal, weil vorher waren die ja teilweise zumindest, ja, einfach hässlich, also nicht gut gemacht, ähm, als man die bestellt hat, aber jetzt gibt's Bilder, die halt wirklich auf dem Niveau sind, wie Lego selbst halt auch Bilder machen würde, von den eigenen Sets, und das ist einfach so schön, und ich freue mich so sehr, dass ich, ähm, die Burg mir hab sichern können, also das Castle in the Forest und den großen Fischkutter, das sind einfach so schöne Sets, ähm, die hier umgesetzt werden, und ich glaube, das wird auch, wenn man, wenn man jetzt sieht, wie die hier umgesetzt sind, dann glaube ich, ähm, wird das auch nochmal den, ja, der aktuellen zweiten Runde einen leichten Boost geben, weil ich finde das, oder findest du auch, dass es viel ausmacht, was man hier sieht? Ähm, also bei der Burg insbesondere fand ich das, äh, schon nett, aber es ist, es ist, es ist, ähm, ich weiß nicht, es hat nicht bei mir denselben Effekt wie ein Lego-Set, ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht auch, weil ich nicht das Richtige für mich gefunden hab, oder so, ich kann's dir wirklich nicht sagen, aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, wow, super duper Box, wie ich das schon mal bei, ähm, bei Boxen von Lego selbst habe, obwohl mir ja grundsätzlich Boxen egal sind. Also wegen mir, ähm, schick mir die Tüten, mach's, äh, für 10 Euro billiger bin ich auch zufrieden mit nem Set, da bin ich ja wirklich, ähm, hart im Nehmen, aber ich verstehe natürlich, was alle anderen, äh, die sich auf Sets freuen, äh, darin sehen und, ähm, dass das sie auch noch befeuert, absolut, also kann ich voll nachvollziehen, ähm, für mich ist es halt wirklich nicht relevant, in dem Fall. Ja. Ähm. Ja, sorry, ich bin, äh, bin, ich muss grad nebenbei noch was rausfinden. Naja, du bist enttäuscht, weil ich, ähm, deine Begeisterung nicht teile. Ähm, ich, 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 ich find die Sachen wirklich schön, ich find's auch gerade diese, diese, äh, Bilder sind auch wirklich tatsächlich so in dem Lego-Stil, wie man sich das im Prinzip vorstellt, ein bisschen, ähm, das eine oder andere, zumindest, was ich so empfinde, von meiner eigenen Empfindung, äh, hat zumindest das, ähm, äh, das Castle so ein bisschen, so ein Tilt zur Seite hin, ähm, bei dem Boot geht's mir auch so, dass ich das ein bisschen anders gedreht hätte, irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie passt was an der Perspektive von mein Auge da nicht, aber das kann auch wirklich einfach nur, ja, ich, also ich find das bei, die, 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 die Burg, ähm, leidet so ein bisschen darunter, find ich, auf dem Cover, dass sie so aufgeklappt ist, aber man wollte halt wahrscheinlich dieses Aufklapp-Feature zeigen, das stimmt schon, dass das nicht so ganz optimal ist, aber trotzdem find ich halt die Bilder so viel schöner als diese, ja, von den, sag ich mal, Privatleuten gemachten Renderings, ähm, womit die Sets in den Vorverkauf gegangen sind, ähm, auch der Kakapo, find ich, hat deutlich hinzugewonnen durch sein offizielles Rendering, ähm, ist auch ein schönes Set, also, ich weiß nicht, ich find das, da hat sich schon viel zum Positiven hin, ähm, geändert, mit den offiziellen Bildern, und, ähm, ja, für mich war das heute so eine kleine Sensation, die zu sehen endlich zu denken, geil, offizielle Lego-Sets, offizielles Lego-Logo drauf, das werden, glaub ich, auch wirklich richtige Sammlerstücke größtenteils einfach werden, dadurch, dass es die halt nur 10.000 Mal gibt, ähm, weltweit, ähm, ist das schon, ja, nicht schlecht. Ähm, hast du denn, hast du noch im Kopf, ob es da, wie bei Ideas, auch so ein, ähm, ähm, kleines, äh, Päckchen gibt für den Ersteller, dass der irgendwie drei Stück davon kriegt, oder zehn, oder was auch immer für den eigenen Bedarf? Weiß ich nicht. Das ist ja bei Ideas so, da hätte ich, ähm, wäre ich neugierig gewesen, ob man da bei Bricklink auch sowas mitbekommen hätte. Naja, das war so die Ideas und, äh, Bricklink, ähm, Designprogramm-Ecke. Genau, aber wir haben ja noch jede Menge, äh, Neuvorstellungen und Gerüchte, die sich in den letzten zwei Wochen angesammelt haben, wobei das meiste davon in dieser Woche dazugekommen ist, gerade eben in diesem Moment sogar noch eine Sache mehr, ähm, die fange ich mal noch mit in unsere Vorbereitung rein. Genau, bei den ältesten Sachen, ja. Das ist ein guter Weg. Ähm, wir haben, äh, äh, über ein paar Brickheads-Neuheiten für das erste Halbjahr 2022, ähm, berichtet. Unter anderem, äh, kommen zwei weitere Pads dazu, ähm, ein, ja, ist das ein Bernardiner des St. Bernhard? Genau. Würde ich vermuten, oder? Und eine französische Bulldogge. Ja. Die ich ja sehr witzig finde, die Tiere. Nicht, dass ich gut finde, dass, äh, so eine Rasse gezüchtet wird, weil ich glaube, äh, denen geht's nicht so besonders, äh, gut in einem Wolfsrudel beispielsweise, aber, äh, äh, Entschuldigung. Ja. Ähm, ja, was mich natürlich völlig aus den Socken haut und worauf ich mich mega freue, ist, äh, der 150. Brickhead, also die Nummer 150 wird tragen, Archokatano von, äh, Star Wars ein Brickhead, äh, soll auch direkt zum 1. Januar 2022 erscheinen und, ähm, ja, da ist mein Hype riesengroß. Also wirklich, das ist einer der größten Hypes, die ich bis jetzt für das kommende Jahr habe. Das muss ich mal, muss ich mal, äh, ganz klar sagen. Aber ich liebe halt auch Brickheads. Ähm, was mich nicht so aufge, äh, äh, feiert hat, war der Lion Dance Guy als Seasonal Set, äh, zu den Chinese New Year oder, ähm, Luna, äh, New Year, äh, Sets aus der, ähm, chinesischen Reihe. Ich hab's doch jetzt gesagt, reicht doch. Ähm, äh, kurz eine Sache zu Ahsoka Tano, die dürfte, glaube ich, ganz kurz bevorstehen, offiziell vorgestellt zu werden, weil da ist wohl auch schon der erste Teaser zu aufgetaucht, äh, das, äh, entwickelt sich aber gerade parallel, während wir diesen Podcast hier aufnehmen. Deswegen, ähm, kann ich da, können wir da jetzt noch nicht drüber reden, aber ich glaube, da steht die Vorstellung ganz, ganz kurz bevor und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Mhm. Ja, ich auch, ähm, den Lion Dance Guy halt nicht so besonders, auch wenn ich die, ähm, äh, Chinese New Year Sets ja immer relativ hübsch finde und auch die Brickheads, ähm, beziehungsweise den Brickhead, den es da schon mal gab von und die, auch die Katze fand ich so toll. Ist jetzt aber nichts, wo ich so heiß drauf bin, weil mein zweites Mega Highlight, wo ich, äh, im Hype drauf bin, sind wieder Brickheads und zwar die 40 549 Stranger Sinks. Ja. Mit einem großen Fragezeichen. Okay, ich wollte jetzt gerade, ich wusste nicht, ob du sagen wolltest, mit einem großen Demagorgon, weil das weiß ich noch nicht. Wäre natürlich ziemlich cool. Ähm, ja, das Ding ist, es sind jetzt die ersten Informationen halt aufgetaucht, ähm, mit Listen zu diesen, ja, wie nennt Lego das, ähm, äh, hier Essential, nee, nicht, ach Quatsch. Ähm, Extended Collection, ich weiß es nicht, auf jeden Fall diese 40er Set-Nummern-Dinger. Da gehören zu Brickheads, da gehören zu hier so, äh, halt viele kleine Sets, die man kaufen kann oder auch Gratisbeigaben. Die Nummern, die ich hier habe, ich glaube, da sind nicht wirklich Gratisbeigaben dabei. Das sind schon alles normale Sets. Aber ob sich hinter dem Namen Stranger Things jetzt wirklich Brickheads verstecken oder vielleicht auch Bricksketches, da muss man nämlich sagen, da gab's, da ist der Beitrag jetzt schon nicht mehr aktuell, der muss dringend aktualisiert werden. Äh, wir sprechen gleich noch über zwei potenzielle Marvel-Brickheads, wie wir dachten, nämlich Iron Man und Miles Morales. Da kam aber jetzt bei raus, es sind gar nicht, äh, Brickheads, sondern Bricksketches. Das könnte natürlich theoretisch auch bei Stranger Things passieren. Ich hoffe aber nicht und ich glaube auch nicht, dass sie die, als Bricksketches rausbringen, aber nicht als Brickheads. Das würde mich wundern. Aber ich wäre da noch ein bisschen vorsichtig, weil wer weiß, nachher ist es irgendwas anderes, ein Minifiguren-Set oder so. Aber es kommt was zu Stranger Things. Egal was, das ist ja schon mal cool. Ja. Oder? Ja, absolut. Bin ich sehr, sehr, sehr im Hype. Ja. Ne, da freue ich mich wirklich auch total drauf. Ähm, und dann, ähm, auch mit einem fetten Fragezeichen versehen noch Looney Tunes. 40559 als Nummer, das wird ein Looney Tunes-Set. Ähm, ich schätze mal auch so ein Brickheads-Doppelpack. Äh, das fände ich sehr cool. Und wenn das wirklich so kommt, wenn die auch alle so am Jahresanfang irgendwann, ähm, so langsam auf den Markt kommen, dann finde ich das ganz schön gelungen irgendwie, weil dann haben wir so ein bisschen was von den Seasonals und Pads, die jetzt vielleicht nicht so Hype auslösen bei manchen Leuten. Aber wenn dann Star Wars dazukommt, wenn dann Stranger Things dazukommt, wenn Looney Tunes dazukommt, dann kommen wir noch mal so ein paar verschiedene Lizenz-Brickheads, die wir bisher noch nicht hatten. Und das finde ich richtig, richtig nice. Ähm, können gerne noch ein paar mehr werden. Ähm, es stehen noch ein paar Nummer mit Fragezeichen, ähm, in unserer Liste. Und dann, ja, schauen wir mal, was noch so kommt, oder? Ja. Nun gut. Jetzt gehen wir über zum Jahr des Tigers. Ja. Ja, da gibt's ganz tolle, hochauflösende Bilder, ähm, in bester Qualität. Ähm, ja, das ist eine neue Gratisbeigabe im, im, fürs kommende Jahr. Es gab ja schon das Jahr des Ochsen und das Jahr der Ratte und des Schweins und des Hundes. Ja, und jetzt kommt halt das Jahr des Tigers. Ja. Ja, vermutlich irgendwie im Januar als Gratisbeigabe. Ähm, ja, finde ich genauso spannend wie die letzten Sets dazu auch. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, den Ochsen fand ich irgendwie niedlich. Ich weiß auch nicht. Die anderen haben mich gar nicht, aber den Ochsen fand ich irgendwie so, wenn ich ihn angeguckt habe, habe ich gesagt, hihihi. Und das fand ich irgendwie, äh, irgendwie nice. Ich finde, Tika jetzt ein bisschen besser getroffen als den Ochsen, muss ich sagen. Der Ochse hat mir auch, ja, nicht so gut gefallen. Ich finde, der Tiger sieht schon aus wie ein Tiger, aber der Ochse, den fand ich halt so, der sah so witzig aus. Der hat mich so ein bisschen an, an Schorn das Schaf und so erinnert, so von der, von der Struktur, von, äh, von, von der, vom Körperbau oder so. Ich weiß nicht, warum, äh, ich fand den Witzig. Gehen wir über zu relativ interessanten Sets. Ja, das macht mir auch jetzt mehr Spaß, glaube ich. Auch wenn es thematisch nicht ganz so weit weg ist davon. Ja, und zwar, ähm, gibt es viele, viele Bilder zu vielen, vielen Neuheiten und einer vielen, vielen Stadt. Äh, ne, einer Stadt mit vielen, vielen Laternen. So rum. Ja, Monkey Kid 2022. Lego hat alle Bilder offiziell endlich hochgeladen. Ähm, eine der ersten Themenwelten, die sie fürs neue Jahr jetzt vorgestellt haben. Ja. Und ich muss sagen, ey, ich finde Monkey Kid ist aktuell einfach die spannendste Themenwelt, die Lego hat. Was so Kreativität angeht. Also nicht für mich persönlich, weil ich die jetzt nicht so intensiv sammle, aber einfach so im Blick auf Kreativität und eine coole eigene Themenwelt, auch wenn sie natürlich auf, ähm, ja, so lose auf einem gegebenen Material basiert, ist das so toll. Ich, ich finde, das ist so wie, was sie jemals bei Ninjago sehen wollten, aber sich nie getraut haben, ne, danach zu fragen. So ungefähr, so, so fühlt sich das ein bisschen für mich an. Ey, allein diese, äh, Chang'e's Mondkuchenfabrik, diese Karottenrakete. Super geil, ja, voll gut. Und dann dieser, dieses eine Mech-Raumschiff, was einfach von zwei Kaninchen gesteuert wird. Und selber ein Kaninchen ist. Und genau, was selber aussieht wie ein Kaninchen und dann noch ein Kaninchen, was da irgendwie Luna-Rabbit-Robot, der da irgendwie schießend rumläuft. Ey, das ist so verrückt alles und so witzig, dass ich's einfach nur toll finde. Ich finde auch so diese, äh, orangene Leuchte da, die so halt wie so in einem Asia-Restaurant aussieht und so. Es ist alles so cool. Aber nicht nur das Set. Ich finde irgendwie, alle Sets haben irgendwie was, was ich, äh, wo ich irgendwie was finde, was ich lustig finde, was ich witzig finde. Außer, ähm, dem Mech von Evil Makake. Ja, das ist halt wieder so ein, wieder so ein Mech, der mich jetzt auch nicht so total vom Hocker haut. Aber, ähm, also die sind schon schön bei Monkey Kid, die Mechs, die sind gelungen. Ich finde die schöner als so manchen Mech bei Ninjago. Aber, ja, toll finde ich den jetzt auch nicht. Aber auch die, die Rakete, ähm, für die Entdecker, äh, das Entdecker-Raumschiff, finde ich so cool. Die, ähm, Anzüge, die die antragen, finde ich auch so cool. Diese Mondanzüge oder Raumanzüge, die die haben, ähm, voll gut. Kannst du halt auch schön rausnehmen und für was anderes benutzen, finde ich sogar. Ähm, und die Stadt der Laternen ist halt, das ist, also, ja, also, kannst du auch neben Ninjago stecken und denkst dir so, ey, das ist aber jetzt mal wirklich, äh, Tokios, äh, ähm, Partyviertel non, äh, Galor. Ja, das ist so ein bisschen, äh, Ninjago City Light. Es hat echt so, teilweise, ähm, äh, ähnelt es sich in den Bautechniken. Der Jonas hat auch einen ganz tollen Artikel noch geschrieben, hat das so ein bisschen analysiert, weil in den Monkey Hitsets teilweise auch neue Farben auftauchen und neue Teile und so. Ähm, richtig cool. Also diese, diese, wie heißt das, Stadt, äh, Stadt der Laternen, äh, auch mit diesem Lego Shop, der da eingebaut ist, ey. Inklusive Drache. So. Es ist einfach mega schön. So. Also ich finde es einfach toll. Sind, sind tolle Sets. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ähm, vielleicht kann das jemand in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, ich habe Monkey Kid leider bisher immer noch nicht gesehen, weil es ja, ich glaube, immer noch nicht bei Amazon verfügbar ist hierzulande, oder? Ich habe es auch noch nicht entdeckt. So. Es sollte ja kommen. Ich glaube, noch ist es nicht da. Korrigiert mich gerne. Auf jeden Fall weiß ich nicht, warum Sandy nur noch eine Minifigur ist und keine Big Fig mehr. Hat er abgenommen? Sind seine Muskeln verschwunden? Hat das was mit der Story zu tun? Oder, ähm, ist es nur, weil Lego mal wieder sparen muss und deswegen, äh, keine Big Figs mehr macht? Ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt er jetzt als Minifigur vor. Steht ihm, aber so ganz verstanden habe ich es noch nicht. Ja. Was ich halt auch sehr schön gerade an der Stadt finde, ist, dass die so modular ist. Also, dass du sie auf verschiedene Arten und Weisen zusammenstecken kannst, anscheinend. Ja, genau. Sehr nett. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Könnte ich mich fast hinreißen lassen zu. Also, und wenn es nur zum Ausschlachten ist und selber was im Niago-Stil für Reykjavik zu machen. Ja, also, ich glaube, ich werde da nichts, äh, von, von kaufen von den Sachen. Aber ich finde die trotzdem schön. So. Sagen wir es einfach mal so. Ähm, ich habe da richtig, richtig Spaß dran, mir die Sachen anzugucken und zu denken, Mensch. Also, mir fehlt ich finde so eine Themenwelt, die sich auf Analoges verlässt, aber ein cooles Storytelling hat und eine coole Serie dazu hat, die fehlt in Europa. Also in Deutschland. Ähm, meinetwegen kann das gerne Monkey Kit sein. Sie können gerne Monkey Kit einfach synchronisieren auf Deutsch und die Sets dann hier vernünftig verkaufen. Ähm, aber ja, ich finde, Lego hat sich mit den, ja, Themenwelten hierzulande zuletzt zu doll auf Digitales verlassen. Da bin ich ja nicht alleine mit der, mit der Meinung und ich würde mich freuen, immer so eine richtig verrückte, schöne, gut gemachte und so liebevoll gestaltete Themenwelt wie die hier. Geil. Was ich halt auch sehr, äh, schön finde irgendwie, ich kann das jetzt nicht einschätzen bei Monkey Kit, ob das, ähm, tatsächlich irgendeine asiatische, vielleicht chinesische, äh, Schrift ist oder ob das auch wieder so eine Fantasieschrift ist, ähm, aber das halt auf den, ähm, äh, Oktan, ähm, Raffinerie, Vorrats, äh, äh, Tonnen, ähm, das Oktan auf, ähm, auf, ja, asiatisch steht, ich sag jetzt mal, weil ich's nicht weiß, welche Sprache es ist, das find ich irgendwie auch cool, so, Importware, kannst du dann auch noch mal reinstecken, mir gefällt's richtig gut. Ja, ja. Ja, wie gesagt, Jonas hat die mal analysiert, ähm, daher wissen wir, wir bekommen eine neue Farbe, nämlich Neon-Gelb, also wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, welche Lego-Farbe wünschst du dir unbedingt, hätte ich nicht Neon-Gelb geantwortet, nichtsdestotrotz, ist bestimmt für zwei, drei Anwendungen praktisch, ähm, aber ist halt eine super grelle Farbe, mit der man in, ja, gerade wenn man realistisch bauen will, ähm, oder irgendwie so Natur-Dinge bauen will, nicht so super viel anfangen kann, glaube ich, aber so für Warnwesten und sowas ist das vielleicht eine Sache. Ja, oder ein Techno-Club. Oder ein Techno-Club, ja. Ähm, die Essstäbchen finde ich aber richtig cool, bisher mussten nämlich die Leute immer mit, äh, mit dem Löffel essen, was natürlich total unrealistisch ist, jetzt gibt's Essstäbchen, richtig cool. Ähm, ja, diese Flammen-Clips, die jetzt irgendwie neu in dieser Magic-Hit-Welle extra dafür erschienen sind, die finde ich jetzt nicht so spannend, ist halt irgendwie so, hat wahrscheinlich irgendein Storytelling-Element, müssen wir mal schauen, was da zustande kommt. Aber es gibt auch noch ein paar andere neue Teile, nämlich so eine Sandwich-Platte. Ja, aber wir müssen jetzt nicht jeden Einzelnen durchgehen, glaube ich. Nö, ich wollte nur sagen, lese unbedingt diesen tollen Artikel nämlich durch. Genau, ist eher eine Art Leseempfehlung, ganz viele Anspielungen dieser Stadt, also diese Stadt ist, glaube ich, einfach so ein, ähm, ein Quell der, ein Quell der Freude, ja. Und doch, eine Anspielung möchte ich noch erwähnen, es wird, äh, auf das 90. Jubiläum von Lego angespielt in dem Set, das Jahr 2022 sein wird, wo wir ja wissen, es kommt ein spezielles Set dazu raus. Mhm. Und da freue ich mich sehr drauf. Ach, es ist ein Fest. Ähm, um in Asien zu bleiben, können wir uns, äh, auch ein Architektur-Set, ähm, angucken, und zwar von der Singapur-Skyline. Ja, ähm, das einzige Architektur-Set, Architektur-Set fürs kommende Jahr. Das heißt Proktologe! Ja, ich mache einen Haken dran, ich habe gewusst, dass du diesen Witz machen würdest. Moment. Wenn du dich schon, äh, versprichst, dann, sehr gut, äh, aber tut mir leid, hat David mir in, in Skript geschrieben. Hm. Ja, äh, ich, ich finde dieses Hotel halt super beeindruckend, was da, ähm, den größten Teil, äh, tatsächlich, ähm, der diese Sets, äh, optisch einnimmt, finde ich. Äh, genau, das Marina Bay Sands. Ja, genau, das ist so super, äh, cooles Ding. Ähm, Garden by the Bay, äh, Gardens by the Bay auch im Mikro-Maßstab enthalten. Ich finde, es ist gelungen, aber ich hab's halt nicht so mit, ähm, den architektonischen Sets aus der Lego-Reihe, weil ich die, die für mich wichtig waren, einfach verpasst habe. Also, schon wirklich noch in meinen Dark Ages kamen die ersten raus, die ich interessant fand, glaube ich. Ja, in den Kommentaren stand, ähm, was ich auch ein bisschen nachvollziehen kann, dass Leute finden, dass es sich ein bisschen zu sehr auf Drucke verlässt, sozusagen. Also, dass halt viele Details nicht gebaut, sondern eben gedruckt sind. Das stimmt auch. Also, viele Fensterfronten sind gedruckt. Ähm, was aber cool ist, wir bekommen viele von diesen 1x1-Platten, äh, mit schwarzem Druck auf der Seite, die es mal nur bisher, glaube ich, in dem, äh, in den Jago City gab. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf hab. Ähm, mit denen hatte Jonas schon mal ein paar coole Sachen gebaut, deshalb kenne ich die Teile. Die finde ich, äh, finde ich sehr schick. Und ja, vielleicht kann man da die Einzelteile irgendwie sich schön nachher einzeln zusammenkaufen, wenn das dann auf den Markt kommt. Ja, ansonsten ist jetzt für mich privat auch jetzt nicht so super wichtig, das Set, aber, ähm, nett. Und ja. Ja, will man keinem, äh, andeuten gegenüber, dass wir eventuell eine leichte Tendenz haben, äh, Star Wars sehr gerne zu mögen. Und, ähm, da wurde dann heute auch tatsächlich ein, äh, neues Lego-Star-Wars-Set für 2022 offiziell vorgestellt. Jetzt ist es nicht so, dass mich das wirklich so aus den, ähm, Socken schüttet. Ich finde es weder gebaut schön, also ich finde den Bild nicht so besonders, äh, äh, ästhetisch. Noch finde ich, äh, das Set besonders, ähm, haben wollenswert. Was ich aber interessant finde, ist, äh, tatsächlich die, das Box, äh, Layout. Genau. Du sprichst vom Razorcrest Microfighter. 98 Teile, 9,99 Euro, inklusive Minifigur vom Mandalorianer in Beskar-Rüstung. Ähm. Mit der obligatorischen, äh, Armbedruckung. Genau. Und, äh, hier Stud-Shootern, zwei Stück am, am Raumschiff. Die beiden, also die neuen Stud-Shooter sind da natürlich auch schon verbaut. Und das, ja, du hast schon gesagt, die Kartongestaltung, die ist irgendwie ein bisschen anders. Also sowieso die Lego-Star-Wars-Kartons dieses Jahr sind mega schön. Also das neue Kartongdesign von Lego-Star-Wars ist richtig, richtig gut. Ja, ist krimi. Finde ich. Das kam schon bei den, äh, bei den Hoth-Sets, die zuletzt vorgestellt wurden. Jetzt, äh, das, äh, dritte Neuheiten-Set für Januar mit dem, mit dem Microfighter. Und da sehen wir jetzt statt Hoth im Hintergrund den Planeten Tython im Hintergrund. Der ja auch, Achtung, Spoiler, ähm, ja, der letzte Auftrittsort für die Razor Crest ist in der Serie, äh, weil die da dann das Zeitliche segnet, hab ich gehört. Ich hab's, guck so was ja nicht. Das ist mir ja alles zu neumodisch. Ich guck Inspektor Barnaby, aber, ähm, hab ich im Internet gelesen. Ja, das find ich irgendwie witzig, dass man sagt, hey, welchen Planeten nehmen wir denn für die Razor Crest? Ja, Tython. Und wir nehmen auch eine Einstellung. Hinten auf der Rückseite ist einfach quasi exakt das Bild gezeigt, ähm, wie die Razor Crest, äh, da steht, bevor sie die Luft, äh, geht. Genau, was du gesagt hast, die ist nicht schön gebaut. Und da bin ich voll bei dir. Wenn nicht Razor Crest draufstehen würde, beziehungsweise die Minifigur nicht drin sitzen würde, würde ich's nicht erkennen. Ja. Ich find das leider, leider nicht mal ansatzweise gelungen als Microfighter. Ich find das, ehrlich gesagt, super hässlich. Es ist nur eine günstige Gelegenheit, eine noch günstigere Gelegenheit, an die Minifigur ranzukommen, wenn man die haben will. Aber die gab's ja auch schon in dem, hier um 50 Prozent reduziertes Trouble on Tatooine zu Genüge in diesem Jahr. Ja, ich find's ein bisschen schade, weil die Microfighter eigentlich immer irgendwie was Niedliches haben, theoretisch, aber naja, was will man machen? Ähm, eine Alternative wäre sich, äh, von Star Wars abzuwenden und der, ähm, Harry Potter-Welt zuzuwenden und dort einen wundervollen, in meiner Ansicht, ähm, Hogwarts-Zauberkoffer zuzulegen. Ja, es ist ein etwas anderes, äh, Lego Harry Potter-Set, was hier erscheint. Ähm, Hogwarts-Zauberkoffer heißt es, 76,399, ist die Setnummer, 603 Teile, äh, 59,99 Euro. Und man kann bis zu sechs Minifiguren damit bauen. Ja. Ja. Und man kann, äh, drei verschiedene Räume, je nachdem, wie man sie braucht, äh, einrichten. Ja, das ist so ein, also es ist ja ein aufklappbarer Koffer und man kann den dann, äh, ja, ich glaube, in, kann man nicht sogar vier verschiedene Optiken oder nur drei? Ich dachte, das wären drei. Oder zumindest den, äh, also den Koffer kann man auf jeden Fall von außen in den vier Haus-Designs bauen, also, äh, Gryffindor, Slytherin, äh, Ravenclaw und Hufflepuff. Oder bunt. Oder bunt, das geht natürlich auch. Und im Inneren kann man dann verschiedene Szenen bauen. Die Szenen sind so, hm, ich hatte jetzt noch nicht Zeit, mit dem so ganz in Ruhe anzuschauen, weil der ist jetzt, äh, ja, ist vorgestellt worden während unserer Podcast-Aufnahme. Aber ich finde die Szenen jetzt nicht so dolle. Ja, es ist zweimal im Prinzip die große Halle, ähm, einmal als, äh, das Willkommensfest und einmal, äh, die, ähm, die Auswahl durch den sprechenden Hut. Und dann hast du noch den Gemeinschafts, äh, Raum hier in dem Fall jetzt von, ähm, Gryffindor. Ich weiß nicht, ob man auch andere, ähm, Räume machen könnte dazu, aber das sind halt die, die, die sie jetzt, ähm, vorgestellt haben. Und du kannst halt außen entweder alles drauf klatschen, also jedes Haus, äh, einmal vorkommen lassen, oder den, ähm, das ganze Teil in deiner Lieblingshausfarbe gestalten. Und ich finde beides, äh, ich finde das Set richtig cool. Das erinnert mich ein bisschen an die Bücher, die sie ja in diesem Jahr sehr, sehr stark verbreitet, ähm, hatten, was ja auch so ein bisschen, äh, Pocket Doll oder, ähm, andere Essenzen beinhaltet, wo du halt in dem, äh, Bewegungsding das mitspielen kannst, mitnehmen kannst. Aber ich finde es einfach putzig, also, weil ich glaube, das bietet noch mehr Möglichkeiten, das auch auseinanderzureißen und, äh, als Part Out zu benutzen, um da was anderes rauszumachen, als jetzt mit dem Buch, äh, Rücken. Genau, ja. Was ich halt cool finde, ist, dass die Minifiguren-Teile halt irgendwie, äh, dabei sind. Es sind leider alles Kinderbeine, unbewegliche, dafür kommen auch, ähm, ein paar Rock-Elemente noch dazu, die irgendwie die, die Kids dann anziehen können. Ähm, und dann kannst du halt die Minifiguren dir so zusammenstellen, wie du's gerne hättest. Und du hast halt nicht nur jetzt so, hey, hier sind Harry, Ron, Hermine und, äh, das war's, sondern, ja, man kann auch Harry damit bauen. Ähm, der liegt auch bei, aber es gibt halt noch vier Schüler, die man quasi nachbauen kann. Und da kannst du auch einfach ein bisschen kreativer werden. Dazu regt das Set an. Und eine neue Eule ist dabei, auch sehr schön. Mhm. Und, äh, momentan ist der Text und die Figuren, ähm, Anzahl auf dem, äh, Karton nicht ganz d'accord. Wieso? Ja, hier sind sechs Figuren abgebildet, äh, die gezeigt werden. Ähm, und im Text von Lego selbst steht fünf Figuren. Ja. Es kommt ja öfter mal vor, dass die da sich ein bisschen, ähm, überschlagen. Also, hier sehen sie bis zu fünf Minifiguren, ähm, auf dem, auf der Box sieht man dann teilweise sechs oder auch in, äh, dem kleinen Clip, den, äh, Lego hochgeladen hat, sieht man mal fünf, mal sechs. Ja, ich glaube, also, es gibt, es geht darum, man kann, glaube ich, fünf Schüler nachbauen und dann ist aber halt, äh, Professor McGonagall auf jeden Fall ja auch dabei. Mhm. Vielleicht haben die die da irgendwie nicht mitgezählt. Keine Ahnung. Also, äh, es gab ja schon vorher Gerüchte über dieses Set, dass das kommen würde. Ähm, da hat mich das Konzept so gar nicht überzeugt. Und jetzt gucke ich halt hin und denke, naja, das ist so ein bisschen, ähm, ist schon eine nette Idee, aber hauptsächlich wegen der Minifiguren, die man dann bauen kann und die verschiedene Torsi mit den Schals hat. Das finde ich cool. Aber dafür ist es dann wiederum zu teuer, um zu sagen, hey, man macht damit, betreibt damit Army Building für Hogwarts-Schüler, so. Dafür ist es ein bisschen happig. Ähm, weil der Koffer an sich, den finde ich jetzt halt so, naja. Ja, aber ich glaube gerade für Kinder, die sowas mitnehmen, ich hätte das gefeiert, ich schwöre es. Aus, aus, aus Kindersicht, cooles Set. Und du kannst es halt abschließen, gell? Das war jetzt meine, das war jetzt meine beschränkte Erwachsenensicht. Ja, genau, genau, da ist so ein Schlüsselsystem dran, das kannte man schon von anderen, ähm, Bücherlösungen, die Lego da mal gebaut hat. Und viele lustige, bedruckte Teile dabei, also ich. Naja, nein, nein, äh, 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 äh. Beprintete, äh, bestickte, geklebte. So gut wie alles beklebt, es gibt, glaube ich, zwei, also die, die Minifiguren sind bedruckt und dann gibt es eine bedruckte Karte des Rumtreibers und so ein bedrucktes, äh, Birdiebots-Bohnen und, ähm, hier das andere, diese Acid-Pops. Ja, aber die finde ich cool. Genau, die sind bedruckt und ich glaube, der Rest ist dann alles komplett mit Stickern gemacht zur Dekoration. Was ja auch bei einem Koffer wiederum ein bisschen Sinn macht, weil der ja von außen dann wirklich, also auf dem Koffer werden ja von außen Sticker draufgeklebt. Ja. Da muss das jetzt meinetwegen nicht bedruckt sein. Das passt schon ein bisschen. Aber im Inneren hätte man vielleicht auf zwei, drei Drucker noch setzen können. Aber gut, man will ja nicht so streng sein. Also ich feiere das, Seth. Ich kann es dir nicht anders sagen. Ich finde es, äh, toll. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich jetzt den Preis so gigantisch, äh, bad finde. Ja, ich finde, es hätte ein Zehner günstiger sein können. Dann hätte ich es cooler gefunden oder, ähm, günstiger halt gefunden. Ähm, wow. Wenn es günstiger gewesen wäre, hätte ich es günstiger gefunden. Mensch, Lukas, du bist auch ein schlauer Kopf. Naja, ähm, haut mich nicht um, aber es ist besser, als ich mir das vorgestellt hatte. Ja, was auch besser ist, als ich erwartet hatte und, äh, mich eigentlich ein bisschen überrascht hat. Ähm, wir haben viel von, äh, der Lego Foundation immer wieder gehört, gelesen, berichtet auch ab und zu, ähm, wenn es was Berichtenswertes gab. Ähm, wir haben nicht alle, äh, Förderungen von denen, äh, immer vermittelt. Und jetzt ging aber mal, äh, ähm, äh, äh, verschiedenen Spenden für Afghanistan oder Haiti, die, ähm, viele gebeutelte Kinder da, ähm, haben. Ähm, auch in, nach NRW, wo die Menschen von dem Hochwasser, ähm, äh, Problem heute noch, äh, ähm, gezeichnet sind. Da ist ja immer noch viel im Argen, da ist, ähm, die Not sehr groß, da, ich glaube, viele fühlen sich da auch, ähm, relativ verlassen mittlerweile, obwohl vorher, ähm, vollmundig Hilfen angekündigt waren, die jetzt immer noch auf sich warten lassen. Aber Lego schreitet da so ein bisschen ein und, ähm, will für den Wiederaufbau von zehn Kindergärten und den Aufbau eines Familienhilfezentrums, ähm, 7,1%. Millionen dänische Kronen, was umgerechnet, äh, rund 960, äh, 1.000 Euro sind, äh, an das Deutsche Rote Kreuz als Verwaltung, ähm, für, äh, die Summe spenden, beziehungsweise hat schon gespendet. Und der DRK-Kreisverband Aachen, ähm, wird das jetzt, äh, ja, hoffentlich schnellstmöglich, ähm, zu Realisierungen bringen. Ja, ähm, finde ich cool, dass Lego da so auch in, in Deutschland so eine gewisse Aktivität zeigt, hat mich gewundert, hätte ich nicht mit gerechnet, gab sogar eine internationale Pressemitteilung dazu, ähm, und finde ich einen sehr guten Schritt. Also, wie du gerade schon sagtest, die Leute fühlen sich da echt teilweise ziemlich alleingelassen und da das Thema halt aus den Medien raus ist, wir haben natürlich die Spenden da auch nachgelassen und eigentlich müsste jetzt, ja, die Politik aktiv werden, wie man immer so sagt, ähm, was natürlich sicherlich viel zu wenig passiert. Ich hab da jetzt neulich auch nochmal, ähm, über die Aktion Deutschland hilft, ähm, ein bisschen hingespendet, bisschen weniger als eine Million Euro, ähm, aber, ähm, das ist halt einfach so ein Ding, was viele Leute, glaube ich, wieder vergessen haben. Und deshalb kommt das jetzt auch, ich finde auch nicht, dass es zu einer falschen Zeit kommt, also ich hab so ein bisschen gelesen, so, ja, das kommt aber jetzt spät, nee, finde ich nicht, finde, das kommt jetzt, jetzt richtig, weil am Anfang gab's natürlich Aktionismus ohne Ende, aber jetzt kann man halt wirklich was aufbauen da und jetzt geht's darum, was aufzubauen. Und dafür wird auch Geld benötigt, Punkt. Und da hat Lego, ähm, ja, da kann man jetzt natürlich, mir würden da auch, wie sicherlich vielen Leuten, bestimmt auch zehn zynische Kommentare zu einfallen, aber die kann man auch sicher einfach mal sparen und einfach mal klatschen, einfach mal sagen, geil, finde ich gut. Ja, ich finde es richtig gut, ich finde es, äh, auch ein gutes Zeichen, ich hab, äh, gerade in der letzten Zeit relativ, ähm, oft noch so Nachberichterstattungen mir angeguckt und durchgelesen und sowas. Und, ähm, ja, es sind wirklich viele Gelder, die versprochen sind, aber einfach nicht eingehen, äh, ewig lange Bearbeitungsdauer haben und sowas. Ja. Das ist einfach schrecklich für diese Menschen, weil diese Menschen wirklich teilweise in der Ferne im Prinzip unterkommen müssen zurzeit, ähm, und dann mehr oder weniger gezwungen sind, auch längere Fahrten zu ihren, ähm, Heimstätten zu machen, um dort eventuell selber was wieder aufzubauen, ähm, oder nicht aufzubauen, weil eben das Geld fehlt, weil das nicht ankommt. Und, also, das ist schon sehr, sehr schrecklich. Also, da kann man tatsächlich wirklich nur hoffen, dass da die, ähm, Politik mehr macht, aber die haben natürlich auch, äh, gerade Probleme, die, puh, ja. Ja, das ist, ähm, ich kann da jetzt auch überhaupt, ich kann da nicht drüber reden. Nee, ich hab extra Stopp, weil ich nicht drüber reden wollte. Ja. Sieht einen einfach zu sehr runter. Ja, lass uns über schöne Dinge sprechen, wie zum Beispiel, ähm, einen weiteren Schritt in der Tour de Lego. Ja gut, jetzt ist, jetzt ist, jetzt ist, fangen wir mit dem Niveau ganz unten an, etwas, wo man eigentlich nicht hin muss, wo man, wo man eigentlich nicht versteht, warum es da einen Store gibt, aber in Saarbrücken ist halt auch. Nein, das ist eine ganz tolle Stadt, ist ein tolles Bundesland und alle Vorurteile darüber sind, ähm, vollkommen unberechtigt. Ja, aber es macht immer wieder Spaß, ich weiß auch nicht. Ja, äh, Oliver war in zwei Lego-Stores in den letzten zwei Wochen, also eigentlich auch schon davor, äh, aber hat zwei Lego-Stores vorgestellt, Saarbrücken und Stuttgart, und da gibt es zu beiden, äh, eine jeweils großartige Tour de Lego, die man sich durchlesen kann, wo er ein bisschen was zur Umgebung sagt, die Stores vorstellt, unter anderem auch, äh, sehr ausführlich halt eben den neuen Store in Stuttgart, der ja nach dem neuen Design ist, der eine Minifigurenfabrik hat und, 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 ähm, ja, unbedingt mal einen Blick reinwerfen, würde ich sagen. Tatsächlich muss man auch sagen, dass, äh, der, der, der Store in Saarbrücken direkt so, äh, in der Nähe der Saar, äh, also mehr oder weniger fußläufig an der Saar schon schön gelegen ist, also da kannst du, kannst du mal so ein Schlenderian machen und ein Eischen, äh, ähm, lutschen im Sommer, wenn du da bist. Toll. Da flanieren, finde ich schon schön. Du alter Flaneur, du. Äh, ja, Jonas hat ganz viel Zeit sich genommen. Und, äh, hat das große Rogue Bricks Gemeinschaftsprojekt vorgestellt, das auf der Brick in Bavaria, ähm, ausgestellt wurde, wo er ja auch Teil von war, hat ein bisschen erzählt, wie das gebaut wurde, äh, wie der Zusammenbau stattgefunden hat, wer daran beteiligt war und so. Und, ähm, hat, ähm, hat viele tolle Bilder natürlich auch davon hochgeladen. Da, äh, ja, sollte man auch unbedingt mal einen Blick reinwerfen, weil demnächst wird er auch zumindest seinen Teil, den er gebaut hat, äh, nochmal einzeln etwas ausführlicher vorstellen. Wie er ja das angegangen ist und so und ich glaube, das wird auch ein ziemlich cooler Beitrag. Deshalb, ja, wer schon mal den Gesamtüberblick über diese riesige und wunderschöne Kollab haben will, der sollte mal einen Blick da reinwerfen. Was ich richtig witzig finde, ist, dass, ähm, äh, alle Teilnehmer, die eine, ähm, öffentlich erreichbare Seite haben, auf Flicker unterwegs sind, was ja so für mich gefühlt gar nicht mehr existent ist. Ja, in der Lego-Mock-Szene ist das noch immer ein Ding. Ja, ja, nicht nur da. Es gibt immer noch so ein paar vereinzelte Sachen, die sich da, ähm, ganz doll ausgebreitet haben. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich noch auf meinen Flicker-Account zugreifen kann. Wollte ich ehrlich sagen. Ja, ich glaube, ich habe meinen mal irgendwann gelöscht. Naja, aber, ja. Ja, nichtsdestotrotz, auch Malte, ähm, hat zugeschlagen mit einem wunderschönen Review einer, ähm, Steinformmaschine, die aus einer Steinformmaschine rausgefallen ist. Ähm, hat den, äh, die, die, die ganze, ähm, Herstellung der Lego-Steine auch nochmal kurz ins Auge gefasst und darüber ein bisschen was erklärt. Ähm, auch da ein Video, äh, zu verlinkt, hat, äh, noch Fotos eingepackt von dem Original der Maschine und ist dann auf die einzelnen, ähm, ja, die Packungen und die einzelnen Bauabschnitte eingegangen. Und, äh, das macht schon Spaß, das zu lesen und die vielen, vielen tollen Bilder durchzuklicken. Ähm, hat auch ein bisschen was Animiertes dabei, also macht richtig Spaß, da durchzugucken. Sollte man wirklich gelesen haben, wenn man nicht sogar so eine, ähm, Maschine haben möchte. Ja, ähm, dafür muss man dann zwar ins Lego-Haus, weil nur da wird's verkauft, aber die Review kann man sich ja jetzt schon mal angucken und dann kann man sich überlegen, ob man denn einen solchen Weg auf sich nehmen will. Aber es gibt ja natürlich auch noch andere Wege, daran zu kommen, über Bricklink oder, äh, andere Händler. Genau, oder, ähm, äh, ich, ich deal die auch unter der Hand. Einfach mir eine Mail schreiben, äh, für 10.000 Euro ist es, äh, gehört's euch. Nee, ich hab selber ja auch keine. Man kann's rebricken, glaub ich. Ich hab mir da die Einzelteile mal bei Steine und Teile bestellt. Ist aber nicht ganz billig. Ähm. Dann kriegt man aber auch keinen hübschen Karton. Ja, Mensch, wir sind jetzt schon nach relativ, einer relativ kurzen Folge, ähm, am Ende angelangt. Das liegt sicherlich auch ein bisschen an mir. Ich bin ein bisschen redefaul heute, wie man vielleicht gemerkt hat. Ähm, nächste Woche wird bestimmt alles besser. Und, ähm, vielleicht mach ich nächste Woche mal noch so eine Black Friday-Rückschau und, äh, red ein bisschen über, äh, über die ganzen, die ganzen Dinge, die da so gab und die super frustrierend waren, weil das ist was, was mich, glaub ich, letzte Woche auch wahnsinnig genervt hat und auch bis heute so ein bisschen an mir nagt, diese unendliche Zeit, die man in die Vorbereitung gesteckt hat. Bis Lego dann kommt und sagt, ah ja, nee, wir machen eigentlich dieses Jahr nur Scheiß-Angebote oder überhaupt keine. Äh, tschüss, viel Spaß. Ähm, das war nicht so geil. Ich hab sehr günstig eine, äh, blaue Baseplate geschossen. Ja, es gab tolle Angebote. Also, es ist nicht so, dass es keine Angebote gab, nur halt nicht bei Lego. Ja, ja. Also, ich dachte eigentlich, Lego hätte letztes Jahr bei Black Friday so einen gewissen Tiefpunkt erreicht. Aber, nee, dieses Jahr ist halt nochmal deutlich, deutlich schlechter gewesen. Und ich frag mich, also, naja, egal. Lass uns da vielleicht ein andermal nochmal drüber sprechen. Ähm, vielleicht werden wir da irgendwann auch nochmal eine Rückschau zu betreiben. Ähm, aber dann, wenn sowohl bei uns als auch vielleicht bei den enttäuschten Lesern die Wunden nicht mehr ganz so frisch sind und man sich nicht mehr so doll aufregt, sondern das ein bisschen mit Abstand und etwas nüchterner betrachten kann. Ja, dann kann man den Schmerz nochmal hochholen, sagst du. Genau, dann kann man einfach nochmal die Wunde aufkratzen und sagen, ach, guck doch mal, da war doch was. Äh, und das machen wir dann andermal. Wenn der Schauf runter ist, kippen wir noch Salz rein. So ungefähr. Naja, ich werde jetzt erstmal diesen Podcast schneiden, wenn wir jetzt gleich fertig sind und dann gucken wir das nächste Mal. Ja, aber nicht ohne die Rezensionen der vergangenen zwei Wochen zu vergessen. Es sind nämlich welche eingetroffen. Zwei Stück wunderschöne, ähm, Peter Ochsenknecht, Schrob, dieser Podcast ist the best. Oh, Entschuldigung, best. Ja. Zwei Ehe vergessen. Gute Podcasts unterhalten. Gute Podcasts machen Freude. Gute Podcasts bringen Spaß im Leben, wenn einem langweilig ist. Dieser Podcast erfüllt das auf jeden Fall. Lukas und Rick sind wie immer wunderbar. Ihr macht bitte immer weiter so. Ja, bis ins hohe Alter. Ach so, bei mir schon erreicht. Äh, Stonewall. Leute, wenn ihr das lest und euch fragt, ob dieser Podcast etwas für euch ist, einfach ja. Ja, der Podcast ist super für jeden Lego-Fan, auch wenn es nicht immer um Lego geht und unterhält mindestens alle zwei Wochen mit den neuesten News der Woche. Lukas und Rick sind ein super Duo. Aber bei meinem Gewicht kann man fast davon ausgehen, dass wir ein super Trio sind. Bei deiner Höhe auch. Ähm, Lukas und Rick sind ein super Duo, was man, äh, bei, äh, und man kann ihnen super zuhören. Würde mich freuen, wenn Timo und Nando oder der Spielwaren-Investor, ähm, keinen Bock, seinen Podcast zu hören. Finde ich ihn ja aber sympathisch. Na gut, das ist eine Einzelmeinung. Ähm, und vielleicht auch BrickStory, finde seinen YouTube-Kanal klasse. Auch eine Einzelmeinung. Ähm, mal vorbeischauen können. Also hört alle diesen Podcast, denn er macht glücklich und froh. Ganz liebe Grüße, äh, ganz liebe tolle Grüße, ich. Äh, ich möchte da widersprechen, ähm, dass BrickStory einen tollen YouTube-Kanal hat, das ist keine Einzelmeinung. Den Spielwaren-Investor finde ich auch ätzend, aber BrickStory ist einfach ein toller Typ. Vielleicht sollten wir alle, alle zu sechst und Henry noch drauf. So eine Weihnachts, äh, Rubbel-Dubbel-Folge, wo wir alle Glühwein trinken oder, äh, Kakao. Ich hab, ich hab den Lars doch jetzt schon nass gemacht. Wir waren doch hier im, äh, äh, im Quiz beim, beim Profi-Nerd. Äh, da war ich im Stream dabei. Hab, äh, leider zwar mich nicht gegen Michael von Promobrix durchsetzen können, aber, äh, mehr Punkte als Lars hatte ich mal am Ende. Also da war ja Kevin mal nicht allein zu Hause. Ne, Kevin war gar nicht allein zu Hause. Er hatte die Bude voll mit, ähm, der, 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 der Creme de la Creme, der, der, genau, der Creme de la Creme der Lego-Prominenz und ich war auch dabei. Ähm, ja, dann gibt's noch einen, einen weiteren, eine weitere Bewertung von Feine Reime. Ähm, er oder sie schrieb ganz mies, äh, das hier ist ein ganz furchtbares italienisches Restaurant. Die machen tatsächlich Ananas auf die Pizza. Hab nur fünf Sterne gegeben wegen der netten Kellnerin. Ähm, äh, besten Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Äh, ich... Oh, jetzt steht hier, wir brauchen Folgentitel. Na toll. Ähm, ja, zensiert. Also bei dir reden über unzensiert und, äh, du musst mich ja zensieren an verschiedenen Stellen. Das hab ich aber so gemacht, dass es keiner gemerkt hat. Ach so, das wusste ich nicht. Ähm, ja, dann... Das ist tatsächlich, glaub ich, nicht aufgefallen, dass da, dass da was zensiert ist. Dann, ähm... Ich war nie in Tittysi. Ich, ähm, ich bin heute so witzig drauf und hab so gute Laune. Äh, ich lass mir bestimmt was super witziges einfallen als Folgentitel. Ähm... Fühl ich gut. So, Gott sei Dank. Nächste Woche gibt's hoffentlich wieder ein Podcast, wo ich morgens nicht mit dem falschen Fuß aufgestanden bin. Und bis dahin freue ich mich, ähm, dass diese Woche rum ist, diese Podcast... Gott. Rick, beende du das bitte. Ja, schön, dass ihr reingeschaltet habt. Äh, schade, dass wir da waren. Hä, 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 hä. Äh, nächste Woche versuche ich mein Bestes, die, äh, Stimmung weiter hochzuhalten. Ja. Wie eine Latte beim Lombarder. Ne, Limbo heißt das Ding. Latte beim Lombarder. Das ist der Folgentitel. Tschüss, bis nächste Woche. Gute Nacht. Schlafen Sie gut. Tschau. Tschau.